Laut der Zeit lassen wir bei uns mal außen vormahre, würde ich sagen, oder? Er ist Christian, er ist Christian. Bist der Server nicht eigentlich voll sein? Ja. Chris, ist das nicht unser Chris? Wer ist jetzt noch nicht... Doch, Chris ist wieder da. Ja, aber er kann nicht auf den Server, weil sonst... Chris, warum gehst du nur rauf? Hey, mit wem hast denn du jetzt zusammen? Nein, ich wollte nur zugucken. Ja, du musst raus. Geht nicht, du musst raus. Warum? Weil... Wenn man es von den Nachmittag backt, man sich im Frontlader fest. What the fuck? Ja, ja. Ja, danke, jetzt hat Dominik auch verlassen. Wir haben nichts gemacht. Wir sind sicher, wir müssen jetzt nicht alles ein, es kommt nacheinander dran. So, darf ich anfangen? Jetzt ist mir jetzt sowas von leer. Warte, ich sehe runter. Ja, jetzt haben wir jetzt alle, die wir hier haben, Torque Power. Gut. Justus. Wer ist denn jetzt dran in dem Team? Ich fange jetzt an. Die zwei Atmonds fliegen mit. Und wer sonst noch fliegen kann, brauche ich einen Traktor. Lass Dominik noch einen. So, geht's los, Freunde. Nach über eineinhalb Stunden. So, warte, äh, Justus und Philipp bekommen, äh, Torque Power. Dann mach. Ich muss Timer stellen. Ja, ich mach. Hast du den Torque Power gegeben, Philipp? Also fährst du jetzt Mare, oder was? Jo. Oh, Philipp. Machst du Referenzzeiten, nicht dann danach im Prinzip. Philipp, Philipp, ich labern. Dann muten wir dich gleich, ne? Sharp, das hast du gleich. Alter, wer schickt da jetzt was? Ich schnitt. Was ist? Justus? Darf ich dahin? In dein D6? Ich glaube, wir kommen nicht hinter Justus hinterher. Ich glaube, Justus ist nicht das Problem. Jens, bleiben alle da, ne? Ähm, Sharpie, willst du mein Gefährt haben? Der Staat ist genau hier an dieser Linie, ne? Reicht man an dieser Linie hin? Es steht bitte nur ein Trecker auf der Straße. Die anderen bleiben hinten. Genau, Jens. Ja, fahr einfach eine Runde vor und dann dreh um. Hallo, ich hab hier aber einen beim Shop gefunden. Warte, Mare, einer von euch muss auch noch fahren, ne? Ja, ich würde sagen, Mare und ich fahr gleich hinterher. Ja, also das... Jemand mit dem Trecker hinterher? Mare und ich würde ja auch raten, mit dem Jungle Flight No Hardwatch. Ihr fahrt dann als Letztes. Von daher ist das egal. Okay. Wir fahrt dann als Letztes. Achso, du bist da schon drin. Äh, will ich anheben den Trecker? Gut. Gut, dann halte ich nicht. So. Äh, warum fängst du jetzt an? Hab ich doch... Da hörst du nicht zu? Nee, hör ich nicht. Okay, hab ich gerade gesagt. So, habt ihr jetzt ne Zeit, ne Uhr? Sharp, du und Just, beide. Ja. Ja. Das heißt, wir können jetzt gleich drücken. Okay. Weil dann machen wir es so, nach zwei Minuten startet der nächste, okay? Ja, ich bleib hier am Start. Ich bleib dann hier stehen. Sharp, du gehst dann mit. Stimmt, dann geht Sharp mit, okay. Sharp, hast du nen Flugmodus drin? Ja, hab ich. Okay. Leute, der LS15-Lepterwerb startet jetzt. Sharp, du zählst runter, okay? Bei Go. 3, 2, 1, Go. Bei Go fahr ich. 3, 2, 1, Go. Philipp, besorg den Anninger. Äh, es fehlt Anninger. Warum fehlt Anninger? Ja, schreibt ihm ja, er kann eine Minute wegbleiben. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine Abzugspunkte. Einfach nicht alles zuschreiben, weil ich... Hallo, bitte nicht schreiben, weil ich das im Bild sehe und das mich dann beeinflusst. Will ich mir das nur ein oder ist der schneller als ich? Justus? Ja, nicht schreiben, danke. Äh, Philipp. Halte den Chat sauber. Ihr habt keinen Schlepper, ne? Doch, Justus. Nein, die haben meine Rubin eben weggenommen, also steigt mal hier oben raus. Ja, einer von euch muss jetzt auch steigen. Boah, scheiße, der schiebt übelst. Ja, ne? Oh, fuck. Ja, und Sharp, äh, Jo... Nein! Ah, ich bin auf die scheiß E-Taste gekommen, so ein Wichs. Ja, alle steigen jetzt mal aus, das Mädchen. Positive beim Drive-Control ist ja, dass der Motor anbleibt und hier startet er wieder neu. So, alle steigen jetzt aus. Aber jetzt nicht, dass es noch ohne dich leckt. Aussteigen, Jens, aussteigen. Gut. Just, das heißt jetzt ein Schlepper, geht an den Start, plane am besten. Alter, Just, du musst dir aufpassen, du musst dir ein Auto schnappen und hinterherfahren. Da kommst du nicht klar mit, ey, das ist Wahnsinn. Ich komm hinter die Luft, gerade mal ganz... Ja, lass ein bisschen Abstand, bitte. Ja, ich hol mir den Schlepper. Weil... Aber hier den Einzelnen, den hab ich echt mal für dich da hingestellt. Nehmen wir den Pick-up. Nein, Pick-up, äh, ich fahre in mir. Das Gute ist, ich kann mal Marty auch eigentlich mit dem Live-Steam gucken. Wir können zurücksetzen, ne, wir können zurücksetzen. Ja. Das ist gut. Just, willst du jetzt mal schauen? Du kannst beim Live-Steam zuschauen, ne, ja. Überfahren! Oh, Just, die hat doch mal schön. So, ich kann dann nachher erst Dinge mitschneiden. Kann ja nicht zurücksetzen, okay. Ich hoffe, wenn ich jetzt keinen Scheiß mehr baue und nichts verloren. Mare, gehst du Feuerwerk? Weiß ich nicht. Wo seid ihr? Ich weiß nicht mal, ob es ist und es stimmt bei uns. Also, ähm, der Wind wird heftiger. Es ist sehr bewölkt. Es kann sein, dass sowas kommt. Was ist jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, wo Maxi nicht mehr da ist, ne? Zwei Minuten. Ihr, ich schon zwei Minuten? Ja. Okay, passt. Dann können die anderen starten, ne, Just? Äh, warte. Ich hab mir einen Schlepper geholt. Such dir einen, der fahren soll und... Ja, Justus. Justus fährt gleich. Gut. Ist das hinter mir? Ich mach auch nur ein Leuchten an. Ne, passt schon. Ich sag ja, da dauern ein paar Minuten, bis du da durch bist. Vor allem mit einem leeren Anhänger, äh, vollen Anhänger. Das wird lustig beim Hochfahren. Das wird echt lustig. Alter, das Wichtigste ist hier, das ist scheiße eng. Ja, du hast dich schön weit zusammengestellt. Weil ich das gesagt hab. Mare, bist du Einzelkind? Ja, bin ich. Deswegen stellt mich auch keine Schwester und ein Bruder da hinten immer. Ja, das ist ein großes Glück. So, Justus. Drei, zwei, eins, go. Jens kann gerne aufschreiben, ja. Bauer, du fährst dann den Weg wieder zurück dann und stellst den Trecker wieder oben. Ja, ja, man muss ja nicht, fuck. Juhu. Der Erste, der erst versaut hat. Geht mal, hier ist Talkpower, bitte. Kann grad nicht. Ja. Hat Jens Talkpower? Ja, ich mach, mach es ja gerade eh im Live-Film. Mh, mh. Können jeden Scheiße nicht machen, das ist so scheiße. So, wer braucht... Oh, Justus fährt gut, Justus fährt sehr gut. Jensen, 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 Jensen. Fuck, das hat mich übelst Zeit gekostet dir. Weiß ich auch, dass es die meisten schlimmste Ecke war bei allen Spielern. Also, ich schaue dir gerade ein Spiel zu, mh. Du musst eigentlich schon vor der Koffer relativ viel vom Gast gehen, damit du rumkommst. Jo, und vor allem, die Lenkung, die haben wir über diese adaptive Lenkung, die ist viel besser als die hier. Kannst du fast nicht lenken, die Koffer, das ist so scheiße ohne Lenkrad. Ach ja, mal vergessen zu sagen, ohne Lenkrad? Nein. Was? Dann sag das nochmal, ohne Lenkrad. Was? Nee, nicht ohne Lenkrad. Nein. Ohne Lenkrad ist unfair, weil die meisten... Ich könnte zum Beispiel LS ohne Lenkrad gar nicht mehr spielen. Ja und, ich spiele auch gerade ohne Lenkrad und ich kann so auch nicht mehr spielen. Wie ist der Nachteil? Ohne Lenkrad kann ich gleich auch ganz... Also, ich bin eigentlich... Ja, aber ich habe es noch genauso schwer. Mare, das Blöde ist, es gibt sau viele, die da schon von Anfang an gewöhnt sind mit Lenkrad. Also, mit Lenk... Mit Lenkrad zum Vorwärts bin ich zu scheiße. Weil die echt alle mit Lenkrad wahnsinn. Mit Lenkrad hat man keinen Vorteil, wenn man rückwärts fährt. Nein. Nicht mit dem rückwärts fahren, darum geht es aber nicht, aber wenn vorwärts fahren übelst, ja scheiß drauf. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nachteilig bin. Weil es ist zum Lenken scheiße, da kannst du so viele Skills an, wie du willst. Und dass ich genau planen kann, das ist so schwer. Weil die Lenkung auch standardmäßig so scheiße ist. Mit diesem, wie ist der Mod, den wir mal drin haben. Keyboard Steering, da ist es viel besser, da geht es viel smoother, aber hier... Was hat Mare? 5 Minuten 20. Was? Alter, schon 2 Liter. Oder ein langes. So, da vorne sind die Bahngleise. Das wird lustig. Mare, ist das Leben als einzigen, cool. Ja. Ja, ich kann mich gut vorstellen. Achso, wir können die Läden starten lassen, oder? Nein, das ist schon ein wenig unterwegs. Mare, wir können auch schnell auf drei Geschwistern. Ja, aber wir stoppen haben. Was, drei Geschwistern? Wie alt? Wie alt? Ohne 13, dann da, da eine Sim und die eine 5. Achso. Ein bisschen zu jung. 2 Jahre runterziehen. Okay, scheiße, scheiße, zieh, 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 zieh. Zieh! Geh hoch, geh hoch, du scheiß Ding. Ey, das gilt nicht, das Ding backt. Achso, keine Collie, passt. Super. Er hat auch gar keine Collie. Drei Sekunden verschenkt. Wer fährt da und, achso, ich wollte schon sagen. Das sind wir beide. Hä, wer ist da oben jetzt im Gebirge? Marvin, was? Ich meine, der geflogen ist. Also ich habe mindestens 30 Sekunden verschenkt. Das war ein perfekt fahren. Jost, du siehst, ganz gut in der Zeit. Er hat einmal einen Fehler gemacht, aber... Mare. Wie? Wir können flauen. Glaub mir, Jost, ob das, ob er, der Fehler, der recht sich. Jeder Fehler recht sich. Bei mir sind es jetzt schon drei gewesen. Aber es ist nur ein kleiner Fehler gewesen. Ja, auch kleine. Sonst fährt er eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, können sie jetzt... Sieben Minuten. Mann, wenn ihr das wüssten, wüsste, der hätte mir fünf Stunden das Lenkrad eingestellt. Ähm, Max... Maxl, kannst du bitte erst mal? Er ist mal am Bullock. Alter, der zieht ja gar nicht. Ähm... Scheiße. Wir greifen Loin. Jetzt kommt es auf die Fahrweise an. Jetzt kommt es echt auf die Fahrweise an. Da hat die mit dem Lenkrad übelst einen Vorteil hier. Alle, die gerade nicht fahren, bekommen keine Verbrauchung. Dann dürfte ich ja auch keine bekommen. Ja, bei dir ist das... Ja, warum, Jut, die Chris nicht? Was? Ich hab's gesagt. Nein, Chris darf das. Chris darf das. Boah, das wird nichts mehr, Mare. Das kannst du knicken. Ja, rutsch gleich rückwärts wieder runter. Geht's. Also, ich gucke mir mal an, was die Mare anstellt. Du kannst die Straße nutzen, wie du willst, Jus. Das ist so scheiße. Was ist denn, wenn wir das nicht schaffen? Du musst nicht auf der rechten Spaß. Haben wir ein Problem, ne? Also, die können das schaffen. Nicht mehr hier, aber ihr habt schon 8 Minuten rum. Ich kenne mich nie selber im Test. Das ist wahrscheinlich... Ich kenne doch grad mal 5,20. Ich kenne die Map überhaupt nicht, also... Ach, Luten. Wir können eigentlich schon, wenn ich dran bin, können sofort den nächsten starten lassen, ne? Ähm, Mare? Ja. Ja. Der hier, das kennt die Mapet. Ja, wir haben aber grad ne Tour gemacht. Ja. Tja, von der... Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Heute war ein kleines Handicap, aber ich glaube, ich war sowieso nicht so nett. Also, wenn du den ganz blöd ausstellst, sonst war das wirklich ein Nachteil. Marvin, komm, schieb doch einfach mal an. Glaub mir, du stellst dich nicht so an, wie Maxi bei dem ersten Leistung. Mare hat gesagt, der fährt mit Tastatur, der ist sowieso behindert, also... Das ist, weil er keinen Längrad hat. Ey, ich fahre auch mit Tastatur. Ich hab mir gar nicht funktioniert, aber nicht so. Wie ist der Agritechniker? Ich hab auch immer einen Längrad. Oh, Mare, Mare, mach mich schnell. Ey, Mare, komm, heiz, heiz, mein kleiner New Holland. Bist du beim, äh, Kopfhörner mit dem Gladiator gefahren, also mit der... Nein, da speifst du sofort. Äh, Mare? Ne, mit der Krage bin ich gefahren und gestern mit diesem Wasserteil da, Alter, das war so heftig. Und dann, und dann, äh, kommen wir runter um die Ecke, kurz zum Aussteigen, auf einmal kommt mein Vater her und sagt, Hey, Servus. Wolle überraschen. Bist du, bist du mit ner Rollover gefahren? Ne. Neun Minuten. Boah, 4 kmh, Alter. Wie lang braucht, braucht Mare dafür? Mare, warum bist du so lahm? Also, mir hat nix mehr. Die Strecke ist doch scheiße schwierig. Ja. Mit dem Schlepper. 4 kmh, ey, grad, wenn das grad so geht, ne? Alter. La, la, la. So, Mare, fährst du zur Agri-Technik? Vielleicht, vielleicht, kann sich sagen. Mare, dann könnte ich dich mal schlagen. Hab man grad nicht verstanden. Ja, ich dich auch, Chris. Ich kann dich so richtig auf'm, auf'm Schenkelhauen dir schön Arschklopfer verpassen. Was ich tun werde, ist dir eine Backpfad vergeben. Karp nimmst du auf? Nein. Das weißt du schon, oder? Der Rollover, was ist denn das? Das ist das Teil, wo sich so drehen und wo die Wasserfontäne hochspritzen, oder? Nein. Aber... Ist es dann, dass dieser, wie dieses Pendel, das sich so dreht? Na, der Rollover, der Rollover ist einfach das, das... 10 Minuten. Das Rollover ist einfach so einer Scheim ist. Dann halt da, weil, ähm, die eine, ja, die muss ich halt nochmal dran. Und da ein Sitz drauf, die dran sich auch nochmal. Ach so, so wie die Kraken, okay. Ja. Nur, dass ihr das Teil in sich rundum rührt, ne? Also es ist quasi auch eine Bewegungsachse mehr, wie bei der Kraken da. Ja, genau. Ja, ich bin nur mit der Kraken gefahren, das war ganz lustig, nach zwei Mal. Und gestern übrigens beim Hau den Lukas, ne, zweimal bis ganz oben geschafft. Oh, ich hab versucht. Da laufst du in Kraft. Auf allem Technik und du musst halt wirklich schön treffen. Also wie viele Versuche hast du? What? Äh, neun. Durchdrehende Reifen, zwei Kameraden. Also das dritte Mal weiß ich nicht. Ich sag mal zweimal hab ich's geschafft, weil ich dann... Aber fast immer bis über, über Casanova. Ist ja diese Stufen. Casanova sind quasi 400 Kilogramm Schlagkraft. Und Goliath oder Champions sind 500 Kilo. Äh, hallo. Mara, du Casanova, du. Wolltest du vernünftig parken? Scharp, lass' ne Messer. Ja, ja, ja. Ja, das war gut so. Das war gut. Ich bin nicht da. Ja. Kommt schon, Leute. Feuert mich an, bitte. Das brauche ich jetzt. Los, los, los. Alle. Hier geht noch eine starke Neigung. Mare, Mare, Mare. Mare, Mare. Ja? Was soll er machen? Go, 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 go. Nein, stopp, los, nein, stopp, go. Also, am letzten Stück hab ich mich gut angestimmt, muss ich sagen. Finde, wenn du jetzt nicht weg gehst, passt. Okay, und genau, warte beim letzten Pfosten, ne? Gas, 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 Gas. Ich bin schon längst drüber, Mensch. Sag mal, du meinst doch diesen Pfosten hier, oder nicht? Ich meine letzten Doppelpfosten, hier. Warte, Pfosten, hier. Dann ist das nämlich, warte mal. Ah, ja, okay, gut. Passt, oder? Du hast elf, 35. Oh, Alter, Volker. Elf, 35, Mann. Das stoppt niemand auf dieser Welt. Mare, bist du fertig? Ich bin fertig. Weiter hat es sofort geklackt. Ich fahre, Mare hat es geschafft. Bitte, Mann, Alter. Den schon niemals erlässt. Der Mare hat es geschafft. Wir müssen mal alleine anstellen. Oh, Mare, Mann, ey. Also, wo ist Justus? Ja, eigentlich kann er jetzt der Nächste losfahren, oder? Ja, sofort. Da unten ist Krim, da kommt der Krim. Ich hab's ja auch Krim. Wer versteckt sich da im Wald? Oh, Mare, ich hab's da unten. Alles kalt. Wer, welcher Traktor versteckt sich im Wald? Jost. Da war's so krass. Jost. Äh, Jost. Hey, der hat meinen Trecker geholt. Ja. Hast du die Zeit aufgeschrieben? 11.30, ne? Ja. Schreib mal, Alter. Das wär's noch, wird's die Zeit vergessen. Hey, wo ist denn jetzt, äh, Justus? So, jetzt schauen wir mal, wenn er ankommt. Er ist aktuell hier unten, der Justus. Ich kriege die Maschine, die geil aus. Ähm, soll ich schon den Nächsten losschicken, oder? Ja, schick die Nächsten losschicken. Wenn jemand da ist und zählt, Scharp, dann müsstest du dann sein, ne? Ja, ich bin hier. Ja, also, also, hier ist Pferd. Hier ist Pferd. Ja. Wir können's auch noch machen, dass wir noch einen Dritten hätten, ne? Ich könnte jetzt auch übernehmen, von der Zeit her. Wie macht denn du? Ja, soll ich gleich noch einen losschicken? Also, wer startet ihn jetzt da drüben? Ja, jetzt fährt der Alexander. Also, hier ist es grad Kwan und jetzt fährt der Alexander. Der steht jetzt grad da. Also, hier ist Pferd auch schon. Gerne gezeigt. Hier ist Pferd, ja. Okay. Weil dann war es so, dass ich... Ja, wie macht denn das überhaupt? Ihr habt ja nicht mal drei Leute um Zeit stoppen. Oh, ein Unfall ist passiert. Ja doch, aber wer stoppt noch in Hias? Ach, Hias stoppt. Wen hab ich denn hier? Ey, wie komm ich mit? Nee, wir machen das nicht so. Es stoppt ein Admin. Ja, natürlich, der stoppt ein Admin, ja. Nein, nein, ich mein Ding, ähm, Scharp stoppt gerade Hias, glaub ich. Ja, mach ich. Ja, aber wenn dann noch jemand losfährt, dann gibt's doch keinen dritten, der zählt. Noch nicht. Und die Bischöse hat die erste Mal gegen einen Posten gefahren, also der glaubt, dass wir keine Leute drüben. Mal röpfen. Welcher Posten ist das jetzt? Scharp, du stoppst Hias, wer ist denn jetzt noch losgefahren? Ja, der Justus ist noch unterwegs. Ja, ja, aber nach Hias gibt's keinen mehr, ne? Nein. Okay, weil am nächsten, den stopp ich. Weil dann sind wir zu dritt, dann können drei parallel fahren, dann geht's schneller. Ja, ich könnte auch noch eins stoppen. Oder so. Vier. Und bitte, nennt Scharp die Zeit, du schreibst es auf, ne? Okay, Justus, komm, zieh durch. Wir müssen die Zeit losgeben. Ich versuche es ihm aber nicht da in den Weg zu bringen. Zieh durch und er ist genau jetzt im Ziel. Also, Mare, darf ich jetzt gleich drauf, oder? Nee. Schüssel hat er. 11.27. Scheiße. Easy game. Oh, zu weit, zu weit. Acht Sekunden. Ah. Ah, nee, weiß nicht, wo ich hiefern soll. Hier, der Arbeit, der hat eine Tour dabei sein. Ähm, wollt ihr jetzt noch ein losschicken? Wie gesagt, warte, ich komm rüber, ich komm rüber. Warum, wenn ich jetzt draufkomme? Äh, kann man einmal aus? Bitte steigt einer aus dem Ding aus. Warte, ich glaub, wenn du es mit Süßhaus wie vor, dann möchtest wir nicht mehr beim Let's Play dabei haben. Wie bitte? Ich hab die Schlepper. Wo kommen die Schlepper hin, die kann man da runterschmeißen, ne? Warte mal kurz. Fahr den einfach zurück. Nein, fahr dich zurück. Alter, bei uns nicht zurück. Ja, fahr dich zurück. Heute wird es noch ein toller, Alter. Also, ich fahr zumindestens gerade von Mare, die drückt. Du kannst dran, ich hab... No, shit. Mare, wir müssen beleuchtung sorgen. So. Scheiße. Lederhosen ist immer geil, ne? Äh, ja. Fällig, Mare. Danke. Äh, nicht den Wegstern, sowas. Ich stopp jetzt Alexander, okay? Alexander, Alexander, okay? Alexander, du kannst. Äh, da ich fahr. Okay? Bist du bereit? Gib ihm mein Top Power. Warte mal. Gib ihm Top Power. Wo ist er? Alex. Alex. Wo? Da. Da. Jens, fährt der gerade? Hallo, Alex gerade. Nee, es fährt noch keiner. Alexander? Hallo, kann ich jetzt starten? Ähm, Marius. Du bist Alexander, ne? Ja, das ist Alexander. Ähm, Jens. Ich stoppe, ne? Ich mach so 3, 2, 1, go, back, go für erste, okay? 3. 3. Alexander? Äh, warst du ja, warst du? Nein, Alexander, warst du noch nicht? Oder nur immer einer aus einem Team. Nur immer einer aus einem Team? Das ist jetzt vollkommen egal eigentlich. Wir fährten gerade. Jens fährt. Das ist ja vollkommen egal. Nein, 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 nein. Wir fährst. Und Alexander fahren jetzt. Äh, Alexander fährt jetzt gleich los. Lohnst du den Stream später noch mehr? Ja, 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 ja. Alex, bist du jetzt bereit? Äh, warte, jo. Warte, jo. Warte, jo. Ja. Oh, Maxl, fahr weg! So? Nein, ich sag nicht so, Fähne. Es gibt ein Report. Was ist denn? Ey, Jens, hast du, äh, fährst du gerade? Maxl hat mich blockiert. Der ist, äh, entgegen mir g'fahren. Ja, siehst du, das hab ich nämlich vorhin gesagt. 10 Punkte Abzug für das Team von Maxl. Fährst du. Jens. Oder für ihn persönlich? Ja, gut geschrieben, ganz einfach. Er braucht den jetzt das Team von Maxl 10 Punkte Abzug. Was? Wenn er behindert, bekommt er 10 Punkte Abzug. Ach du Scheiße. Ja, ja, stand da. Ja, dann brauchst du keine. Nur die, die fahren bekommen. So. Okay. Und jetzt lasst mal Alex fahren. Ich sag, ich zähl runter, ne? Und ich, ich stopp dich, ne? Maxl, ich blockiere. Ja, also lasst ihn einfach mal weg, wenn er jetzt weg bleibt. Ich sag's euch. Versucht einfach nicht zu behindern. Und deswegen einfach nicht mitfahren. Das ist das sicherste. Alex, bist du jetzt bereit? Ja. Gut. 3, 2, 1. Stopp. Los. Jetzt machst du gerade ein Rennen. Warte mal, warte, 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 warte. Scheißdreck, warte. Dreh um. Genau jetzt. Scheiße, ich sag da mal aus. Ah, jetzt hat's gelacht. Ich komm nicht hinterher mit dem Sehen. Fahrzeug, Alex, sorry. Aber mir hat sich jetzt exakt die Stopp-Wur minimiert. Danke, weil es hat ja sowieso bei mir gelacht. Okay. Marvin. Was ist? Scheiße, ich sag da mal aus. Warum? Weil man mit dem Sehen nicht hinterherkommt. Was für ein Ding? Man muss doch gucken, ob der richtig fährt und man kommt so nicht damit hinterher. Ja, super, es ist Dario da. Scheiße, ich stehe ich hier damit. Nee, lass den Alex, lass den Alex her. Fahr weg. Lass den Alex her. Wer hat da, wer hat da cool Kopfhörder? Äh. Was? Alles klar. Dann mal weg. Mann. So, ich geh mal YouTube. Was ist denn jetzt? Don't game my YouTube. Warum joinen der jetzt? Warum? Ich hab das gestoppt, ne? Ganz ruhig. Ja. Sind alle gestoppt. Sie haben eine Sekunde ab. Weil du brauchst ein bisschen zu reagieren. Oder zwei Sekunden. Ja. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich hab mich aber nicht angehalten, dass ich nicht mehr drauf bin. So, also, stopp. Alex, ich stopp dich jetzt. Drei. Zwei. Eins. Los. Äh. Äh. Nein, kann man eigentlich schneller fliegen? Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Der Mensch eher davon. Herr Klage, habt ihr den Spielmarkt? Nein, nein, hab ich nicht. Mare, holt ihr einen Lamborghini? Hab ich auch schon gesagt, holt ihr irgendwas? Lamborghini, der ist ganz gut. Bleib hier einfach, ja, bleib hier. Ihr fährt schon besser wie ein Pick-up. Fahr weg! Alter! Okay, Jarius, ich bin gleich da. Ich bin über dir. Er fährt mit Alexander. Hä? Er fährt mit Alexander. Mare, es ist doch. Ach, Mare, du bist ne Mongo. Hier. Darf ich, Jost? Darf ich jetzt, Jost? Nimm dir. Hey, was ist denn jetzt? Alter. Kauf mir noch einen. Da drüben fährt Philipp. Ja, kauf dir noch einen. Du musst bei Alex bleiben. Nein, ihr könnt nicht joinen. Oh, ich auch nicht? Ja, nee, ich durfte auch nicht. Wenn du jetzt nicht sofort hinter mir Abstand hältst, ne? Scharp holt du dir am besten auch. Servus, Alex. Links, ne? Hier rein! Ja. Ah, Mann. War in Ordnung. War jetzt nicht so schlimm. Okay. Scharp holt du dir am besten auch noch einen Lamborghini. Philipp, warum fährst du jetzt mit? Genau, Philipp. Fahr zurück, Philipp. Nicht aufhalten hier. So, dann. Es gibt ein Report. Oh, lege gegen mich. Was? Maxl hat dich jetzt blockiert, oder wie? Mann. Scharp vorweg, bitte. Scheiße. Komm nicht mit. Ich weiß nicht, wer wem blockiert. Er sagt mir das einfach. Was? Was? Was müß. Ich bin hier auf dem Sofa. Maxl hat mich blockiert den Weg vor mir. Wo warst du da? Wo warst du da? Also auf jeden Fall noch eine Greizung, wo er eigentlich all, wo ich ihn wissen hätte. Da, beim Shop. Ja? Ja. Da war er. Stand er da? Scheiße, Alex. Gib vollgas. Gib Stoff. Ja, sorry. Ja. Ist ja deine Zeit, ich meine. Nee, passt schon. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich hab im Livestream ein bisschen gesenkt. Da, wo die Schrank gepackt hat. Philipp. Ich bin weg. Ich hab mir vorher ein bisschen in rush. Ich hätte irgendwie eine Time einblenden müssen, oder so. Ja. Du hast jetzt Talkpower. Alles klar. Philipp. Ich panne ihn gleich, ne? Zehn Sekunden, Phil. Du bist aus dem Wasser raus und fährst zurück. Eins. Go. Okay, Alex, du bist bei... Du bist schneller als ich. Echt? Du bist jetzt bei 2. Achtung. 2,50. Ich bin zu blöd. Vielleicht hat er hier hier aus. Der fährt noch. Äh. Hab ich mir nämlich schon gedacht. Ja, jetzt hat er normalerweise, hat er jetzt neun Sekunden, äh, neun Minuten. Äh, Sharp. Bei Hearse musst du aber die Zeit zum Reagieren beim Ding wegrechnen, ne? Ja. Und, äh, dann die Blockade, zehn Sekunden oder so. Also darfst du mal zehn, 15 Sekunden wegrechnen bei ihm. Also es bleibt jetzt jeder da oben. Es bleibt jeder da oben und macht keinen Scheiß. Und einer, einer fährt zurück. Leitzen kann im Heu, glaubt, das kostet mir ziemlich Spaß, Alter. Ich würde sagen, dass... Nee, alle anderen fanden auch nicht schneller als du. 10 Sekunden, äh, Strafe. Alex stellt sich jetzt gar nicht mehr so blöd an und ähnlich, eh nicht dumm wie ich halt, ne? So, jetzt muss ich hier rechts, ne? Jo, letzter nach links. Links, 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 rechts. Hast eigentlich ganz gut genommen, die Kurve. Go, Alex, go. Du siehst schon dran, stellst. Hopp. Feiert ein Jahr. Wie viele Sekunden hab ich? 3 Minuten 54. Go, Alex, go. Bin nicht jetzt noch gut. Go, Alex, go. Go, go. Go, go. Go, Alex, go. Philipp, äh, Chris, muss ich alles sagen. Blockieren hier die Sprachwege. Darf ich Alex ganz feuern? Nein. Nee, darfst du nicht. Gut, dann hast du jetzt offiziell zehn Minuten. So jetzt hier wieder hier rechts, ne? Ne, also wir auch nicht mehr. Wirst du eigentlich selber sehen, du bist mitgefahren. Ich hoffe, ich bin ja eigentlich gut dabei, oder? Ja. Oh, ach, da komm ich jetzt nicht mehr raus. So, kommst du. Nächstes Mal hatten wir ja die Streckring 50 Kampffschlepper. Nimmst du eigentlich? Zurück, zurücksetzen. Ja, und jetzt rechts der Lenkring Vorgast. Jawoll. Mare meine ich. Schau, Mare. Der gedacht. Mare meine ich. Was ist denn? Ja, Mare nicht auf. Mare lässt auch seine Videos abspeichern. Das wird ein Chaos, Ding. Klar, ich zeichne euch den Livestream auf. Was soll ich denn anders machen? Also, wir sind bei 4 Minuten und... Mach das aber so, dass man die Livestreams sehen kann. Wie? Wenn man auch früher rüber gerade umklickt, dann kann man bei manchen YouTubern vielleicht, äh, streamern was sehen. Hier geradeaus. Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Ne, warte, hier hat doch geradeaus. Wenn man seine Videos abspeichern lässt, dann können andere das meistens aussehen. Ach, bei Twitch? Ja. Ja, weiß ich, ob ich das gemacht habe, glaube ich nicht. Oh, das war ein Fehler. Ja. Wem meint ihr jetzt? Davio. Ich dachte, das aufnehmen. Okay, wir sind bei 5,25. Aber das längste ist ja zum Schluss, das ist ja das Schlimme. Ja. So, ich überhole mal hier rechts. Also, mit einem Lambo wird's gehen, ne? Wir haben echt den T6 Super genommen, der ist genau an der Grenze. Wir hätten jetzt auch einen Puma nehmen können. Scheiße. Noch ist alles okay, derzeit. Noch bist du ganz gut. Oh, jetzt werden wir schon mal zu lang. Und dann nach links, ne? Hier nach links. Ja. Wenn du da gleich rechts keinen Fehler machst, dann ist alles gut. 12 Minuten in 5 Sekunden. Wie viel hat der Marekort? Weiß ich nicht. Wie viel hast du? Boah. Wie viel hast du hier ist? Äh, über 12. Ich hab das aufgerieben, ne? Was? Ich hab mein Mikro ausgeschaltet. Nein, nicht du. Du hast das an. Warum schreibt das LS-Zocker? Ich hab keinen Plan. Ach, du hast mein Mikro ausgeschaltet. Ich hab gar nichts ausgeschaltet. Du hast keine Talk-Power. Das ist der Punkt. Ja, keine Talk-Power. Du darfst nicht reden, weil du nicht fährst. Du darfst nicht reden, weil du nicht fährst. Du darfst nicht reden, weil du nicht fährst. 12,50 oder 12,30? Was? Oh, jetzt leckst du bei mir? Du bist bei 6,45. Okay. Hört sich doch ganz gut an. Ja. Ich glaube, ich biege leider. 12,50. Oh nein, da gibt's noch mehr für... Ah! Du bist jetzt mit Justus. Das wird heute wirklich bis 10 locker. Ich hab jetzt leicht weiblich erklärt. Und leicht. Niemals. Ja, ich wollte das sagen. Ja, ein Mikro ist nicht schrott. Du darfst lediglich keine Talk-Power. Weil das wär ein bisschen ein Counter-Wertsch. Das ist schon schon heftig mit 6,7 Leuten, die reden. Ein Mikro ist scheiße. Kauf da ein Eis. Mach doch selber. Kauf mir doch eins. Das wär auch ganz nett. Ich muss mal ein Rode verlosen oder so. Ja, musst du wirklich. Ich hab eins. Ich hab noch eins hier rumliegen. Ein Rode. Ein Rode und ein Mikro. Echt so. Echt so Headset. Warum gehst das? Die machen Headset, wusste ich auch nicht. Du bist bei 47. Mare. Joost. Ausschreiben. Oh, jetzt geht's auch mehr. 13,27. Wir müssen testen, ob das besser ist als meins. Sonst kannst du ja meins haben. Hier ist, oder? Ja. Wer 13,27. Äh, hier ist. Ihr möchtet Vollgas Allbrädern? Ja. Hier links, ne? Ja. Nein, Mann, da. Ihr möchtet Vollgas Vollgas Allbrädern. Ach, du Kacke. 10 kmh. Warte, es gibt ja eine Runde auf 3. Oh, ja. Ich muss auch noch zurück, ne? Jetzt hier bin ich auf 15. Ja, es kann wieder einer fahren, ne? Ihr wisst das, ne? Was? Wiii. Könnt ich wieder loslegen bei euch? 13,13,13. Jetzt wird's geil. Oh, Mann. Scheiß Hänger. 16,16. Ganz ruhig. Ich krieg den Lambo von Aggression. Da. Ganz ruhig, Alter. Der packt das, der packt das den Lambo. 4,4. Alter, guck dir das mal an. Da kommt ne Steilwand hoch. Oh. Alter. Läuft bei ihm. Das geht's nicht. Das ist Wahnsinn. Der kommt ne Steilwand schneller hoch als Alex mit die 20% Steigung. Alter Schwede, hallo. Aber ich bin gleich glaub ich da, oder? Naja, du hast noch 2 Minuten mindestens. Ah, die schaff ich jetzt noch. 3 Minuten. Haben wir mehr Speedplayer drin? Ne, leider nicht. Warte, wo hat's ich? Wie bitte? Wo hat's ich? Also, ich bin bei Alex hier oben am Berg. Juhu, jetzt bin ich wieder auf Speed. Oh, yeah. Jos, wo bist du? Speed, Speed, Speed. Unten am Berg. Bei den Gleisen. 10 km h. Ist es jetzt schlimm, wenn er seinen Anhänger umgelassen hat? Ja. Ein bisschen. Ah, ist egal. Warum hast du den oben gelassen? Ja, ist jetzt nicht schlimm. Wäre es jetzt nicht so, dass 7 Leute gleichzeitig fahren? Nicht? Und mehr sollten's nicht werden. Wo machen wir eigentlich? Micex immer auf der gleichen Map hier, oder? Nee, auf Standard. Na. Auf der Standard Map. Wer Micex gemacht hat. Juhu. Ich hab ne Map gemacht, ja. Gut. Ganz alleine. Ganz alleine. Komplett alleine. Haben wir die Motte. Hä, wo muss ich denn jetzt hier lang? Geradeaus, ne? Ja, immer, immer hoch. Hoch, den Weg hoch. Okay. Das ist jetzt Start Edition der nächsten Shop. Philipp, wehe, du blockierst ihn. Stopp. Na, 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 na. Philipp. Gib bei euch was. Warum fällt bei euch noch keiner? Weil ich doch nicht oben bin. Und Joost, bei dir? Okay, hier, Mama. Der ist jetzt. Ihr könnt ja drauf kommen, aber dann müssen wir wieder Zeit anhalten. Das ist ja scheiße. Ist schon einer oben? Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin auch gleich da. Wir sollen meist loslegen. Die beiden. So. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wow. Wer ist das? Jens, oder wer? Ach so, du bist so Fuß. Ich dachte mit Tracker oder so. Ja, tun wir. Ja, wechseln wir noch Max, natürlich. Wer fährt, wer fährt denn jetzt? Egal wie spät es wird. Alex, Dario und noch einer. Konsti. Ja, dann gibt's ja mal einen Taukauer. Ey, drei Taukauer, Leute. Oh, jetzt gibt's hier noch. Konsti, Konsti, Konsti. Wenn du einfach aus dem Weg hier bist, weil du irritierst ihn. Geh einfach weg. Das ist Konsti. Konsti hat Taukauer. Danke. Ich fahr auch ein bisschen zur Seite. Ich lass dich vorbeifahren, Alex. Ne, ich fahr vor ihm hoch, weil dann kann ich schauen, ob irgendwer blockiert. Oh, Mann. Das ist sehr nett. Bitteschön. Gerne wieder. Mann. Geschmack. Du bist über elf Minuten. sein. Ja, was ist was? Hier ist mein Kaffemant kaputt. Du bist bei 11 Minuten fünf. Kann man kaputt sein? Also, ich hab jetzt schon verloren. Ja. Nein, hast du nicht. Wie schnell als hier ist, glaube ich. Wo ist denn Alexander? Ja, es hat insgesamt 13 Uhr noch was gehabt. Jo. Da ist bisher einer schneller als ich, ne? Also, wir holen ganz schön auch. Dario und ich. Hier ist zusammengefahren. Eine Minute und schon beim Dorf. Also, Alex, ich seh' dich von oben, ne? heiz rein rein komm bring das teil auf höchstleistung bis bei 1,35 ja jetzt einfach wieder jetzt geht es in den letzten paar meter hoch leichten bogen nach links macht jetzt also es geht jetzt eine kurve nach links hoch du heilst so du heilst richtig gleich hast es nicht nicht schätzen schön sauber fahren natürlich hetzen immer schön hetzen und ich stopp hier wie schnell bist du grad dario? drei drei von h acht acht neun neun so du bist bei 20 kosti ist jetzt bei mir ein langer dran 2 km h was hast du geladen? äh weizen wird es weizen schwerer wie weizen? komm schon komm 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 zieh 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 und? scheiße bin versehentlich vor meinem gaspedal runter stopp 12,37 aufschreiben alexander 12,27 37 hörst du schlecht 27 geht auf ach warte ich wüsste was ich nehm den anhänger mit soll ich das machen? ne passt doch du hast eh einen ach so ja ich dachte ich soll ach so soll ich jetzt wieder zurück fahren ja fahr wieder zurück aber am besten über stock und stein und nicht die Fahrt blockieren ja jetzt ist es warum denn nicht? ja es gibt keinen platz auf ner map und man so geil fliegen kann wie hier mach ich fahr dir hinterher ok? nein da da ich hab grad so ne lange Weile alter wo bist du? reda 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 tschüss chris das glaube ehm ihr weizen ist schwerer wie meis Mare wo bist du? ich glaub nicht das was schwerer ist als irgendwas anderes ne glaub ich nicht das ist nicht ls das ist nicht ls dass das funktionieren würde ey ähm ich glaube wir müssen alle gleich mal mit Maisanhängern los fahren lassen weil die Weizen sind doch glaub ich schwerer es sind doch gerade ey die Weizen sind nicht schwerer wenn das dann Mais schwerer alter 100 100 das kann nicht sein boah Weizen Weizen schwerer das ist kleiner ne kleinere Weizen ist aber das Korn wiegt mehr ich wüsste Meis wäre doch immer das schwerste oder nicht Weizen ist schwerer wie Mais Mais ist viel nässer viel schwerer ne du bist gut bei der Zeit kommst du 4 Minuten ok da können wir jetzt fahren da blockieren wir keinen ähm Mare wo bist du? sag mal wie sind wir eigentlich darauf gekommen so ein Rennen eigentlich zu machen damals auf die Peer Rivers ja wie wir darauf gekommen sind keine Ahnung keine Ahnung ich glaube ich das haben wir irgendwo mal gesehen sag ich das machen wir auch oh man aber das Interessante kommt ja erst noch also hast du Alexander mit 1237 aufgeschrieben welche Fahne ist jetzt zu viel? das muss Joost aufsteigen was ist bei Carbon Philipp? ach Carbon hat das gemacht ja gut er hat das mal gemacht mit Dingen mit Windmühlen aber das ok bin ich durch wenn mich das inspiriert hat ich glaube es war was anderes könnte aber auch gewesen sein das unter anderem das Video war nein das war wegen Carbon oder so dann war es wegen Carbon ich wusste weiß es nicht mehr genau soll ich den hier jetzt abstellen? äh fahr den mal zurück so Leute ich bin gleich oben mit Anhänger das heißt ja Kosti ist gleich auch im Wald gleich kann der nächste loslegen wie viele sind jetzt unterwegs? ich bin unterwegs zwei oder? Kosti ist jetzt bei der Biogasanlage gleich waa alter das ist so geil wenn wir auf den Bergkörper zu fahren der ist jetzt erst bei 5 Minuten ne? wer? Kosti aus dem Weg nein Mare war hierbei glaub keine Ahnung sieben ne also Sharp gib bitte Jens Talkpower wen? Jens Jens Talkpower? dann entzieh den Leuten aber auch die Talkpower wieder dann haben wir das Problem dann wieder wer entzieht den Leuten die fertig sind mit den Talkpower aus und es werden sie immer mehr wer ist fertig? ich also Alex Dario und Tias so Jens wie heißt Tias und Tias perfekt stehst du? ja also hast du Jens Talkpower gegeben? ja ja fährst du vor oder soll ich nachfahren? ne du fährst vor ich fahr ich blockier dich nicht so 5 4 3 2 1 go Jens bekommt Jens Talkpower Warte hier ist nicht blockieren dann kannst du gleich den Anhänger anhängen ne? Schaap wie 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 schaap das ist schon lange dauern 3 fahren und 3 fahren und 3 fahren und nur 4 durchdringer oder 5 das ist ganz gut das ist ganz gut wenn man jetzt wüsst ja Jens fährt schon mal schön runter ich kürze ein bisschen ab ne Alexander es kommt weg alles klar alles klar yo aber bis jetzt noch keine direkte in die falsche Richtung gefahren oder? Mario meine Mosemsemaschine die Mosemsemaschine funktioniert ja doch Kosti gerade eben der ist ja gerade eben ist auch geradeaus weiter gefahren was? ja du bist gerade eben irgendwo geradeaus weiter gefahren beim Shop ich bin auf dem Weg gefahren ja aber du warst gerade eben einmal beim Shopper da bist du ein bisschen zu weit gefahren wer ist denn das? achso warum steht hier ein Anhänger? ich schreib dir mal kurz was ne? ja ok wer ist denn das hier Alexander? da kann ja ein ganz langer Roman sein was macht ihr hier? ja was hat das viel davon noch nicht musst du kurz lesen? kannst du kurz lesen? kann gar nicht oh nein die Geschwindigkeit geht runter ja jetzt gehts auch bei dir los sieben Minuten aber bist du schon durch? nicht er ist oben achso ja gut dann kühlt sich mal ab ne? es ist bei 1,35, 1,37 so meine die sind ganz gut gefahren meine Leute tja die fahren immer gut also Kosti fährt jetzt auch gut kann ich die Brücke grad überqueren? dann hast du die Brücke sperren ernsthaft nahe? ja ok ok freut mich wer hat den Schneier? unnötiges Gelabere ja unnötig 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 geht sofort entfernt aber hast du den Schneier verkauft? was hab ich? hast du den Schneier verkauft? warum? ja ja falls sich jemand aufs Maul legt oder umdreht oder sonst was ne tut ja keiner naja wo muss ich denn da vorne hin? noch nicht so 2 Minuten 20 Alter Jens du bist saugut dabei ne? ja ich war hier bei 2,30 wer hat denn hier den Scheiß platziert? muss ich sofort löschen das wird nur jemand zum Behängnis Schnitzel 300 bekommt Torque Power gib Philipp mal kurz die Rechte also zum Sprechen ja ich kann sie machen ja warte ich mach mal nein also wer bekommt Philipp? wo ist Philipp? ja das waren lockerte Sekunden fuck wow 3 Minuten knapp hat Philipp jetzt die Rechte? wo ist Philipp? ja er ist nämlich raus will über die Bindung getrennt aber ich kann Toppo schnitzel? ja gut warte wie schießt jetzt bei euch das? fährt bei euch schon wieder jemand? nein gleich wenn mir noch was die Pferden aufgibt okay gut weil dann müssen 3 wirklich immer am fahren bleiben Alex falsche Richtung ne? 2 1 go achso du fährst du warst ja schon ne? sobald du sein kannst der G6 schnitzel was hast du geladen? Mais oder? ja Mais ok dann lassen wir alle mit Mais fahren ne? Mais geht schneller ich hab äh den ich hab Dario auch ein bisschen angeschoben ja ich hab Mais drauf weil die die äh Weizen oder Gäste haben die brauchen ein bisschen mehr ähm wir fährten hier weiter Jens ja du hast abbiegen müssen ich hab mich jetzt 2 mal verfahren ne muss immer auf die Fahrt anschauen 4 Minuten ja ich bin schon schlecht in der Zeit wir spulen jetzt aber wir können die Zeit nicht vorspulen wir müssen wir auf der Zeit lassen das geht ja noch kennst du die Strecke Schnitzel? ja gut achso doch nicht wo ich weiß nicht Joint Gamer ich weiß nicht wer bei dir drin war müssen wir nach anderem schauen Philipp und äh Justus ihr seid bis jetzt die Ersten was? ja Philipp und Justus ja Philipp und ist schon gefahren? das sind die Ersten ja Justus ist der Zweite gewesen den hatte ich hey Justus ist so nicht Philipp ist so nicht mal gefahren also kommt die hat jetzt 10,20 Philipp und Justus sind in einem Team achso und Justus ist schon gefahren ja 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 Justus war der Schnellste ne? Justus ist der Schnellste und Zweiter bin ich ja gut von wie vielen? äh von 5 passt und der dritte ist bis jetzt Dario vierter ist äh Alex du müsstest eigentlich voll wirklich die Teams aufgeschrieben haben nicht dass einer sagt ne ich war bei dir mit dem Team ja ja wir wissen die Teams wohl ich hab hier auch noch passt 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 alter geht der Runde das schaffst du Jens 5 Minuten 16 sie geht gut in der Zeit und der Flick joo joo also gut das hat natürlich einiges gekostet ne dann wärs glaub ich mitunter einer der Schnellste gewesen das ist keinen Scheiß mehr gebaut wie schnell war der Zweite? ich äh ich war 11 37 ne 35 boah wird das knapp ja 20 ich oh Gott alter ich war auf 0 kmh ich auch schafft das noch Scharp Schnitzel du bist gerade mega Bombe in der Zeit davor gehts rechts rein ne aufpassen muss ich einfach da oben stehen oder ja wie viele müssen wir jetzt noch fahren? 3 2 1 für Scharpon 1 für Maron Scheiße hat nicht gereicht hat nicht gereicht wie ja ihr habt den runter ihr habt den runter fuck 11 Minuten schaffst du noch schaffst du noch kein großer Crap und und 40 Sekunden wie viel hattest du? oh das war bisher eine Sekunde ich hab den Scheiß Fehler gemacht und hab's nicht getan oh fuck digga ja euer Jens war perfekt oh Jens jetzt häng ich ja jetzt hast du super kack alter jetzt bin ich am Arsch ja das ist lenker Jens ist gut dabei ohne den Scheiß ey du könntest echt noch meine Zeit schlagen alter wie soll ich boah man wenn 3 trainieren ja dann haben wir jetzt 6 Leute ne bleib hier jetzt erstmal stehen knapp die Hälfte boah man Kanzi alter wenden 30 Milliarden zügen ohne Spaß er ist lecker ja wieso war kalter der Fahne ja jetzt hast du natürlich ordentlich Zeit verloren ich weiß nicht wie es bei den Kommentaren derzeit ausschaut oder zuschauen irgendeiner der hat es wie mehr offen ne weil du hast so lecker dieses Zuschauer schon läuft einer hat geschrieben ich häng fest was ist ein Schwachsinn nein das hat einer geschrieben ich häng fest ja ich weiß aber nicht wozu ich häng fest keine Ahnung Waffen war bezogen auf das Argument das 2 3 3 glaube ich also ich glaube nicht dass er lässt das kennt glaube ich nicht nein wenn das nicht eben jetzt kommt sowieso auch wie du es nun ist gleich schwer ich schieße die Steilwand hoch ne 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 nicht mehr normal wie viel hab ich Mare du hast bis jetzt 4 Minuten Mare Jens du hast die 40 Mare Mare es wurde gerade gefragt und wie viel nur ist häckseln wenn das hier fertig ist wir sagen in einer halben Stunde es ist jetzt das geht vorher fast neun aber es wird sowieso nicht verziehen es wird 10 werden es wird 10 werden Oh Gott Locker Alter nicht sagen nicht locker Alter du musst ein bisschen die Render Distanz ohne Sport Naja ohne Witz Jens komm zieh du hast 8 Minuten das ist super kriegst du hin kriegst du noch hin 3 Minuten da bist du oben locker äh was ist da wieso schreibt er nicht in den Ernst was ist denn hier los wahrscheinlich drängen sich oder so nein keiner darf noch fahren nicht so lange ich da bin Jo es bin die Fähre deiner ne ja schnitzel ok cool schnitzel reicht's jetzt reicht ja ist lecker da mir übel 830 ich hab bohr'n 50er Ping he da hätte ich mich nicht verfahren werden das so gut zahlt ne ja ja echt du hast ich hab'n Ping Alter ich hab'n Ping von 15 ne 15 MS 20 3 2 1 los wer ist denn das davon der ist eigentlich so da da also ich warte mal hier schön auf den Jens du hast neun Minuten das wird ne Top Zeit Mensch so wie der die Kurven nennt das ist Wahnsinn das wär ne Top Zeit das wär ne Top Zeit also es wird garantiert ne Top Zeit bei dir mich nervt gar das hier alles bei mir so gelb ist wenn irgendwann aber sonst wär's zu dunkel von dem her kann ich's nicht ändern also 3K im Hane also 3K im Hane der schiebt auch ein bisschen von hinten also ein bisschen also ein bisschen was warum schiebst du ich hab'n richtig verstanden du schiebst jemanden keiner darf schieben keiner darf schieben er schiebt der Anninger schiebt ach sooo ne das meinen die Jünger der schiebt echt hinten an ne das ist ja geil ich hatte schon einige Male gerade eben das Gefühl dass Marvin gerade Mare geschoben hat stimmt das? ich hab'n gerade? ja wo du dran warst nein sicherlich nicht er war ganz knapp hinter mir hab'n nicht geschoben nein nein äh ich hab'n eh schon mal gedacht Marvin bleibt weiter hinten aber ich mein'n ehm ich meine ich das genau geteilt ne ich hab'n bisschen geschoben ich schau' jetzt mal kürze Kommentare an bis Jens hier oben ist noch seh' ich nicht Jens 10,15 ich glaub dann ist man ein bisschen schwerer war auf jeden Fall langsam er ist langsamer hochgekommen der ist mit ähm 2kammer wir haben jetzt jo 120 Zuschauer das ist für dich mal echt geil 1000 äh da tausend Views heute verdammt fast Wahnsinn was was ich krank was Jens du bist du komm'n oh was ja das dauert ja das dauert ja das dauert ey das schaffst du Jens komm' du bist du sauber voll du schaffst du meine Zeit ja so war es voll cool ist er wirklich voll ja ganz voll scheiße ich muss jetzt hier rück zurückkommen ne Mare du wurdest gefragt ob du die Mordbaustelle auch mit Fasepam machen könntest alle oder nur weil es wird halt für Detail größenmäßig blöd und es wird die Böse aufnehmen oder es kann auch noch sein werden ja du kannst die GES GORX aufnehmen und dann reinziehen nö Nö ne geht nicht Naja er macht das mit weil ich finde ich nicht mehr enden kann ja nicht zu viel Arbeit ne ich will wieder sofort nicht mach an den nicht schneide er nicht mehr um eine Vita ist noch nicht voll und Jens du hast es gleich Jens komm 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 wer meinte dass das aber voll ist? Der ist nicht voll also ich bin drüber 1136 1137 mir fehlt das Allrad ey 1137 kann es sein dass wir zuwilligerweise genau dann mit 1137 haben ja Alex kannst du du kannst beim Server jetzt ist grad schild ich bin schon ins Kinder scheiße wooo äh Dias wird hot power wer? Grudas war da gefahren halt oh man ich weiß nicht wer das bei mir gesehen hat aber ja ich hab's gesehen also 1136 58 das heißt genauso gut wie 137 schau wie war's bei mir bei Alex Alex war über 137 ne ja er hatte er hatte 40 nee er hat doch einer 137 ja warum nicht es hat noch 2 genau 137 1137 1237 hatte Alex ach 1237 wieviel wurde der gepusht dachte einer hat 1137 1137 und Sias hatte 1327 was hab ich wer bist du Dario? Jens hat 1137 ah da bin ich aktuell der letzte oder? jo geil doch geil oder? missgeburt wofür wolltest du jetzt Talkpower? um genau das zu sagen oh ok servus Marvin Marvin ist so einer der besten positionierten Leute hier muss ich sagen ich? ja ne das sowieso wir sind damals echt nach rechts gefahren über die Brücke ja weil der Weg kürzer ist nein weil Marvin da jetzt im Weg steht boah hätte ich nicht 2 Fahrfehler gemacht ja ja Leute ich komm zurück ne der nächste Kraft gleich ran wie schnell fährst du gerade? ich weiß nicht wer das ist aber 2 ich hoffe wir kriegen das von auf jeden Fall von 9 hin wir machen jetzt hin wir brauchen 11 Minuten für einen kompletten Durchlauf 15 Minuten das schaffen wir Dominik du hast jetzt 5 Minuten hat halt wenig Gewicht du hast 10 Minuten 10 Minuten 7 ah ok jetzt 2 Fahrt ok wer steht denn oben wer ist denn bereit von euch? oi 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 da schmeißt es ihn her du es mach ich schon Maxl ja ist er ist er doch Maxl ist also bereit ok wenn er geht das ist aber heute im like also im Kommentar mach mal schnell Maxl warte das mach ich schnell das mach ich schnell aber ich bin vorbildlicher Mensch und ich blockier dann den Schnee das lobe ich mir das lobe ich mir Mann der Vorderradantrieb Maxl du kannst uns reden ne ich glaub ich ich hab jetzt einen Applaus für den ja aber echt hier sind ein anständiger Mensch Mann Mache ein Herz wie Marek ne das gut geschrieben ich hab ein Herz von Hatra 08 beim Hexeln Marek warte mal Marek warte mal ich hab ein Herz für virtuelle Menschen auch wir sehen den hässlichen Leib wie Marek der wo da da drinsitzt der auch Hitlerbahn und sowas wie viel? Maxl du bist du bereit? Chris dein Einsatz ja gut Marek kannst du noch ein bisschen vorfahren ne? 3 Minuten 2 Minuten 5 5 4 3 2 1 go hier ist hier ist hier ist hier ist oh kann doch gar nicht die Plane zu machen mir egal aber ich bin noch Newton ah nein wer ist sonst noch nicht dran, Gerd? weiß ich Yoast nein ich weiß nicht ich weiß nicht von wenn man sich um den Screenshots macht los bei der Max hat auch auf du kannst es auch wieder alles 3 Sekunden Warte ist die leute Torpaule die gerade drüber sind Reitner schreibt was im Stadtkommas was für ein Schneidwerk da haben ach so es ist eigentlich wenn ich noch schneide nämlich so wie es bei 13 her dem kenne ich mich schon ein bisschen aus da kann ich noch ein paar sachen machen von dem her, nehme ich das sieben minuten sieben minuten du hast jetzt genau eine minuten max ok die frage ist irgendwie komisch obwohl du hier hast keine reise rausgehen nein nicht da runter soll ich da mal runterfahren oder schnell äh just ist mit dir gefahren zwölf zwölf so äh just das ist erster schab ist mit dir gefahren warum sind die bei dir immer so schnell schab die fährt denn bei dir nein dominik wie viel 47 just fährst du gleich wieder zurück ähm warte schab hast du einen genommen ich hab dominik hier schab ist dominik ich hab wachsen oder stehen da oben noch welche ich hab keinen genommen ich hab pick up ich kann keinen anhänger nehmen ne just fahr bitte zurück da noch gar nicht weiter machen stehen da oben noch ein paar weil das waren als ich losgefahren bin zwei da oben noch ne ne das sind noch viel mehr ui hast du keinen genommen ich hab wachsen ne ich kann nicht ich hab den das waren doch jetzt niemals 14 Leute aber ja auch nicht 14 Leute da du kannst wir müssen sie aber hm hey Dominik ja du bist du da nein es sind jetzt alle durch es sind jetzt alle durch da fehlen aber ein paar ne es sind alle durch hast du wenn du jetzt gleich wenn noch zwei Leute kommen wenn du dann 14 Zahlen hast dann äh 14 Nummern hast Zeiten dann glaub ich's dir ja 1 2 3 4 so 4 ah 4 Leute du hast jetzt von jedem Team nur eine netzel du bist 5 da tut beleid fuck alter hab ich die 2 Fehler nie gemacht ich mein ihr schreibt ja alles alles auf jede Zeit von dem ihr müsst ihr ja beide gleich viel haben 7 sinds bis jetzt siehst du und jetzt sinds dann 9 dann fehlen 5 Leute 5 ja warum muss jeder machen muss jeder machen ich hab gedacht lass doch nur einen aus einem Team nein hab ich auch gedacht jeden das ist doch viel besser natürlich jeden dann wens doch jetzt schon wenn wenn jeden wir sind wir nicht fertig Mensch natürlich ne sind wir nicht aber sorry ich auch wieso Mare lass nur einen nehmen das reicht von Anfang hab ich gesagt 14 Leute Mensch ja ähm von meinem Team sind jetzt fertig gerade 2 außerdem sind doch schon eh von manchen Team schon 2 gefahren als ich guck mal durch also äh ich mein Max fährt grad ne aber es fehlen da noch 5 Leute Philipp fehlt aber es fehlen da noch 5 Leute fahren so Schnitzel und ja Kunstcrafter Schnitzel und Kunstcrafter das ist das einzige Team dann fahr fährt jetzt noch gerade ein Team naxl ja was ist denn dann wenn beide wenn beide da sind und wird dann die bessere Zeit genommen oder wie ein Team fährt noch mehr oder nicht ja ein Team fährt noch mehr oder nicht ja dann musst du aber mir und Marvin auch noch fahren ne nein fährt jetzt jeder oder nicht jetzt sind doch gerade drei leute unterwegs wäre ja nicht mehr viel wenn so viele leute sind oder so dann wären das in 50 minuten vorbei deswegen sage ich ja ich war es war voranfang angeplant da nicht dass alle fahren dürfen weil es ist unfair dann geht das projekt aber unnötig in die länge dann will ich aber auch fahren aber so geplant und das war auch so gesagt aber dann will ich mal fährst du wieder zu weit nein warum war die alle mehr zu weit axel wenn ich das richtig mache dann will ich auch mal fahrt rechts wie gut bist du das jetzt er ist klar er ist klar oh man wie gut bist du das jetzt erst zehn minuten fünfzig und bist hier oben bei der plaza ich hoffe jeder von euch hat gelernt gelernt ja habe ich so weiter geht's ja und ich muss am ende noch mal drei sekunden wieder abziehen geil komm jetzt aber hoch hier glas wenn derzeit stimmt trotzdem noch wachsen glas was geplant nämlich den direkten weg und fanden ruhig den der hier ist ja ja kann man hier rein schon kommen ganz ehrlich so dann hau mal raus wie gut war der beste wie bitte wie gut war der beste echt schnell ja wie schnell ich brauch die zeit jetzt der beste war 11 27 was ja okay das schaffst du nicht mehr ach so gibt mir gibt ihr hier stockpaar bitte nein was der stockpaar nein keiner okay mache wie heißt ein spanier ohne auto 11 39 ist gar kein der ist kopf hier hier einzig kris sache das ja er wer werden er muss ich vielleicht auch 11 39 Woa geil ey wenn sie mich nicht zweimal gestüppelt hält und einmal falsch gebrochen werden dann hätte ich es da wer die schnelle Christenschaft wir waren jetzt in der Sitzung waren wir sind sowieso weit drüber das ist jetzt mit Philipp und in seinem Team waren noch drei Leute wir machen das so wir machen das so jeder aus einem Team wird das ist aber doof weil andere jetzt zwei Chancen hatten ja ja und die können die bessere Zeit nehmen das bin ich total Leute sind bei Schnitzel und Konsti na das ist okay das ist relativ viel siehst du das sind jetzt mindestens drei Teams die wohl schon beide haben oder so nein ein Doppelteam Maxl hast du Maxl schon aufgeschrieben nein siehste wo ist der im Team der ist bei Maxl ist bei mit Alexander Alex ja siehste wieder zwei nein den habe ich nicht aufgeschrieben ich aber warum hast du Alex nicht drauf Alex habe ich drauf aber nicht Maxl ja aber Maxl ist jetzt bei mir unterwegs das heißt wenn er durchkommt sind es wieder zwei vom Team ja ist das nicht so ist das nicht deutlich genug scheißegal ach deutsch wer ich sag mal so wer kann jetzt mal kurz nachschauen wer hat keinen wer kann nachschauen wie viele insgesamt fehlen von allen vier zum Spiel an für hias bei dir mutil hias chris wie viel insgesamt fehlen so weit ich weiß ist die joint geben noch nicht herangewesen ja ja das heißt Philipp und Philipp raus ist es können hier wieder zwei fahren das ist wieder ein komplettes Team voll Und bei Maren auch, also mindestens 4-5 fälle Teams, die da sind. Max und Mann hat sich doppelt. Jetzt gehen wir auch noch zusammen. Hallo? Bei wem hört man sich noch? Hallo? Und der ist Anderswerts-Lego. Was? Hallo? Bei wem hört man sich doppelt? Bei dem Kerl Anderswerts-Lego, glaube ich. Komm mal drauf, Max, 8 Minuten 15. Auch ganz gut in der Zeit. Das war total scheiße. Wir müssen das nächste Mal viel besser planen. Von vorher? Naja, wir hatten nicht lange Zeit. In der Zeit haben wir eh einiges geschafft. Ja, jetzt, Mann, gib doch, hier ist mal Talkpower, bitte. Dann gebe ich sie ihm. Wer ist denn jetzt dran? So, hier ist, wir hören dich. Max. Maxl. Da, danke. Nein, wer kommt nach? Maxl. Ich möchte jetzt mal kurz nachschauen, ich lass mal Maxl vorfahren. Ich bin nicht so schneller als er. Ich fahre in der Steilhang. Wer den Bullock da eingebracht hat, ist echt der Künstler. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Wo ist Dario? Dario ist im Spiel. Wer muss denn jetzt mitfahren? Es gibt 13 Leute hier drin, die spielen. Das heißt, eigentlich müsste alles voll sein. Wir können jeden fahren lassen. Wer ist jetzt dran mitfahren? Maxl. Ja, wer kommt danach? User disconnected from your channel. Schau doch einfach, wer noch nicht dran war. Von den Namen her, und dann nehmt die ran, die da sind. Hey, Kai. Der Bestzocker ist noch dran, da kommen mindestens noch zwei, drei oder vier Leute. Hey Dominik, vorst du auf den Namen darfst du nicht vergessen? Ja. Ja, dann fahr mal weg, wenn du den reinfährst, grimm den Abzug. Und einer? Ja, dann kommt einer da. Hier hast du raus. Und raus aus meinem Pickup. Vorwächst und grimm den Abzug. Ich bin doch schon weg. Aber Mare, wir haben doch am Anfang gesagt, dass nur einer aus dem Team fährt. Nee, hat keiner gesagt. Als wir oben, als oben alle standen, dann habe ich gesagt, alle aus einem Team, einer aus einem Team. Das habe ich aber nicht so gehört und weder bestätigt noch dementiert, weil ich das eigentlich von Anfang an geplant hat, dass jeder fahren darf. So wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Ja, dann, ich fahr jetzt hoch. Ja, egal. Also ich, ich sehe Maxl bei mir. Äh, Jointgamer, du warst auch noch nicht dran, ne? Schreib bitte, ne, wenn du noch nicht dran warst im Chat. Wo steht hier ein Hänger? Ja, dann geh mal, ja. Warte. Warum, ich finde es nicht Waste of Time, ich finde es, äh, fair. Weil es beim Team so ist, wenn jetzt nicht alle fahren dürfen. Zweimal. Und hat das Team Nachteil, wo nur einer fahren durfte, weil der zweite könnte ja schneller sein. Äh, Schaf. Es ist ja immer ein Wettbewerb, wo es um 10 Euro geht, ne? Das ist... 20. Ja, im Prinzip 20 mit beiden, ja. Und dem her... Warum kannst du hier nicht fahren, Check Gamer? Schaf, wir, Kai, Flying. Weil, Marvin... Kann ich eigentlich auch antreten? Nein. Aber ich würde... Chris, du kannst das Ersatz antreten. Ich würde... Marvin, hast du schon, ne, ne? Das ist ja. Nein, ich würde jetzt machen. Aufnahmegeile einfach, Chris. Wer ist in meinem Pickup drin? Nein. Bist du aufnahmegeil? Vielleicht. Der ist Zocker vielleicht. Kannst du rein, kannst du in deinen schwarzen Pickup. Marvin fängt an. Schaffst du, komm, Maxl. Hier in die auch nicht stehen bleiben. Ähm, du kannst... Marvin, hier ist, kannst du die Lok öffnen? Hm? Nicht? Hier ist... Oh. Kannst du die Lok öffnen? All klar, dich jetzt nicht. Äh, wie geht's das? Die Taste über Tabulator. Zweimal drücken. 5... Warte, bist du fertig? Die Taste über Tabulator. 5... 4... 3... 2... 3... 1... 1... Er muss jetzt noch alles fahren. Bist du hier schon. Egal, du musst es nicht so trinken wissen, wie das geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Joint Gamer es schon irgendwie schaffen sollte, zu fahren. Weil das wäre dann echt gut. Ich hoffe, das geht irgendwie bei dir. Ich hoffe, das geht irgendwie bei dir. Warum geht's nicht? Sag mir einen Grund. Alter, dieses Switch-Zeichen, Alter. Wie oft das jetzt hier drin ist. Deswegen geht's nicht. Ah. Ich habe jetzt den Livestream also... E-muted den Soundtrack. Ja, gerne. Passt, passt. Jawos. Der jacht hier um die Kurve und hat 40 Sekunden rum. Ähm... 12... 25 sind es jetzt. Okay, sehr große Lexart Joint Gamer. Chris, du kannst für Joint Gamer einspringen. Äh... Justis, du warst mit Joint Gamer drin, ne? Und bei Philipp. Das heißt, weder Philipp noch Joint Gamer sind gefahren. Dann fährt Chris für Philipp, beziehungsweise für Joint Gamer. Das ist egal, die sind die Besserung von daher. Ist bis jetzt egal. Wir werfen die einfach vom Team. Wir löschen doch einfach das Team. Geht doch auch. Nein, wir löschen kein Team. Ich glaube, ich bin konnotiert. Ja, deswegen haben wir Chris als Puffer dabei. Wir bauen noch alles nachher. Das ist jetzt ein Witz. Stoppen. Chris! Was? Wo gehst du denn jetzt rein? Ha? Doch, jetzt nicht. Okay. Ey, egal. Jetzt ist egal. Gibt Stoff, Maxl. Oh Mann, ey. Hat alles versaut. Ich fahr jetzt noch mal hoch. Chris, warum kannst du nicht warten? Ich will eine vernünftige Zeit haben. Ich will nicht. Alter, warum steht die Idee dir auf dem Berg drauf? Also, die Gruppe von Philipp ist bis jetzt die beste. Von daher. Hä? Ah ja, einer. Ja, einer. Ja. Ich sag dir, lass doch Chris da fahren, dann sieht's anders aus. Ich glaub auch. Komm, Maxl. Vollgas. Zeig durch. Du schaffst es auf F. Komm. 13 meine ich. Alter, ist das hier bergig. Schreibt auf, Maxl. 13, 48. Morgen kommt aber dann die erste Folge auf Weisingen, oder? Ja. Weisingen wird nicht mehr gespielt, hab ich gesagt. Ja, Mare. Wir warten jetzt ein paar Tage, bis die Mod-Maps, bis wir die Mod-Contest-Maps besser kennen, bis ich die vorgestellt habe. Nein, wir fliegen nicht. Wir machen nur noch Svet-Hexeln, das geht schneller. Ja. Ich stell mir wirklich so'n Bayer vor, wie Mare. Ja. Genau wie Mare. So, so. Bei was denn, bei was stellst du dir den Bayer vor? Genau das gleiche Kaliver, wenn ihr versteht, was ich meine. Du meinst, ich bin der typische Bayer? Ja. Ja. Warte, wo ist deinem ausgedrückt? Ja. Ist der da schon. Was meinst du, ich raste aus, oder was? Du musst nicht mit anderen Leuten ins Team, andere Leute kommen zu dir ins Team. Das ist ein Unterschied. Habt ihr die Nummer, habt ihr die Zeit jetzt von Maxl? Nee. Oh, dann... 13, 48. 13, 48. Sag es doch. Hä? Ich sag's. Mann, ihr müsst euch da aufpassen, Mensch. Nicht, dass wir einen vergessen. Ich komm immer nicht. Ich hab nicht über 60 F-Ber. Es ist voll der Schafenfrau. Es ist voll der Schafenfrau. Es lässt sogar zurück. Elf 3, wenn du die rückwärtsschieben kannst. Maxl ist der schlechteste bis jetzt. Also Mare hat die schlechtesten. Zurück. Das ist richtig, Anniger. Sieb zurück, du Apfel. Ich muss noch mal Neumann. Oh. Ich wette zwei Anniger. Ah, hier ist das so. 5, 4, 3. Halt, 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 halt. Bin ja zeitlich noch der langsam schnell. So, wenn du schon original haben willst. In den Neurde langsam stand. Bist ihr weiter zurück? Nein. Maxl ist der lang. Hey, Maxl. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, wer, wer könnte mit mir fahren? Wer ist noch übrig? Christo? Ich komm. Ich komm. Nein. Bist du auch nicht selber jetzt? Ich bin bei dir. Ich weiß, was du sagen willst. Achso, gut. Dann passt das. Brauchst du noch einen Anhänger? Und... Lass mich einfach. Necker hab ich schon. Anhänger brauchen. Alter. Da hängt mich voll ab. Hallo. So langsam reicht's auch mal. Marvin, servus. Komm, gib, gib Stoff, ne? Ich kann nicht schneller. Du machst das. Marvin, ich brauch die beste Zeit von dir, ne? Ja, ich weiß. Hä, warum soll der S-Zocker jetzt auf einmal nicht fahren? Der ist doch genau so im Team dabei. Kopp. Ja, aber Marvin hat's grad wiederholt. Ja, und wo ist der S-Zocker? S-Zocker, schnapp dir, schnapp dir den... Ja, da bist du schon da. Ja, doch. Konzi ist auch noch nicht gefahren, oder? Wusste noch gar nicht. Ja, ist. Konzi schon gefahren. Ja ist. Komm man entgegen vielleicht? Warte, der ist doch gerade zurück 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 zurück. Kek, halt dann! Mann! Warte, Alter. Er lässt doch gar nicht... Hallo? Was machst du denn? Stopp! Hallo? Was macht denn er? Wieso müsst ihr alle auf dem Weg fahren, wo wir unsere Zeit fahren? Als ob es keine andere Strecke geht? Ja, grobert, ein Feld. Ja fahr doch, ob's fällt. ich hab noch nicht mal die Zeit runtergezählt da wärst du schon ich sag das doch an aber wie ich schön Feldgrubbern los sein Ernst mit dem Case ja dann kaufen wir einen Trecker Flügen Feld 88 Mann kann ich eigentlich auch das Admin-Passwort nein Mama du verkaufst doch irgendwann irgendwelche Anhänger mich nicht das musst du mir jetzt erklären Justus warum du jetzt zwei Anhänger ziehst und Chris hat keinen das ist irgendwie jetzt doof bitte bring den zurück dann kann Chris nämlich auch gleich fahren so der Lesterga bleib doch weiter hinten fährst du viel Zeit vor noch ein bisschen rückwärts Lass mich lass mich ich guck nur der Lesterga fahr zurück Lass mich fahren ich guck nur ja nicht so weit nicht so weit Lass mich mal einsteigen Lass mich mal einsteigen ich stell dir den so hin wie es passt ok Lass mich fahren du hast wieder reißen sechten aber gut ähm ja davon ey macht das raus davon krieg ich mein Kopfschwert so von hier startest du jetzt ok Maxi darf ich rein danke Lass zucker 5 4 3 2 1 los so ein Riesenträger mit so einem kleinen Gruber alter das war absichtlich ja 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 Maxi bist du der schlechte ha sei nicht so gemein hier ist du bist doch nicht im Angels gesagt er ist der zweite schlechteste aber gut ne ja jetzt freut er sich ich sehe klar mein Leben ist nicht vorbei putz 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 zeig uli weg ich nehme ich mich da schon wieder summen suchen das ist Maxl glaub ich ich hab echt Kopfschmerzen von ordentlichem piepen bekommen das ist Maxl das ist voller Scheiß so Lester du bist gut dabei 40 Sekunden Oh Ausrastfunktion Ausrastfunktion haha das ist voller Scheiß ihr kennt euch eine Rastfunktion ne kennst du keine Ausrastfunktion ne die musst du mir zeigen kennst das nicht wenn alle Bayern so sind wie ihr beide dann äh will ich nächstes Jahr nicht nach Bayern so musst du gucken du willst nach Bayern garantiert nein 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 Bayern ist einfach mal gar nicht Mare warum hängst du hier denn so ab was bist du hängst dir ein bisschen ab er bist ein du bist der Name ist bei mir überhaupt noch einer die Zeit also nicht ich bin dein Name Axel Marvin ja Mare du rollst rutsch an den Berg rutsch haha aber grundsätzlich erst das Problem es misst bei mir keiner die Zeit ne Frage wer hat es denn was ist denn so mit Sharp urgh Ausrastfunktion ich verstehe sie manche Leute sind so inkompetent die kriegen sie immerhin die Zeit zu missen Mare du rollst rutsch an den Berg rutsch an den Berg rutsch an 4 Minuten 30 siehste du musst nur was sagen fast ich habe keiner die Zeit ja wer hat es denn Spielen aus die 3 Sekunden bei Dominic gerade eine Frage 4 Minuten 30 ich bin gleich da ja so ich werde jetzt hier ein paar Leute siehste musst nur was sagen Miu Ten aber bin ich Miu oder? doch Awww mal kurz zu den Topper aufheben oh die Frauen sind ja cool aus ja ne jetzt muss ich einfach stehen bleiben und angucken Jens war dran Konzi war dran Maxl, Schnitzel, Alexander, Dario war dran Jordan war nicht dran was steht da? er muss noch Jordan und Dominic man kann das nicht lesen Dominic hat das schon oder nicht wer hat es denn auch Zuckerwerbung ja Dominic hat schon wir hatten jetzt dann Marvin Jordan Wer muss join wer hat Marvin ich hast du 2 nein ich hab nur Marvin wie soll ich denn sonst sagen Dominic war schon grad oder wie ja achso gut dann haben wir trotzdem noch 2 und Chris sind wir 3 ja Chris fährst du schon? nö ne ok Just hast du einen? ich hab immer noch keinen Anhänger ich hab immer noch keinen Anhänger dann mach doch mal mit Chris ja Jo Chris du gehörst zu Justus' Team ok gerne ich muss jetzt erstmal wieder zurückfahren total Sache ja ja gib mir rühr hier's gib mir rühr nein 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 nicht jetzt du wartest noch kurz wenn aber langsamer wie du ne? ich hab mir doch scheiß dir garan die haben wir gute nächste Zocker nicht sonst hast du draufkürzen aber kannst nicht so viel über so rückwärts 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 oh scheiße steckt fest die waren mich warte Joost was was warte ich stopp für die wir reden immer noch über mich Zeit ist gestoppt ne bis ich die wieder freigerückt hab dann muss ich jetzt mal da hoch Justus was machst du da? ach ne ich war ja jetzt oder so und Zeit wird ab jetzt ne du hast jetzt 6,30 Zeit gestoppt kriegst du Sinn oder nicht muss ich den nochmal befreien warte eigentlich fährt es gar nicht so unfair was wenn Chris fährt nein weil ich nicht die Korte halt nehmen fahr vor und dann stelle ich wieder ein hier aber wenn ich nicht auf vorher ich habe es sogar fahr Dominik folgt ihr mich Joost das ist ein Witz oder? Antidius angegangen so ein Scheiß das ist das ist das ist ein leerer ich stelle ich ein und dann stelle ich weiter gut Zeit erledigt weil irgend so ein Fotzenkopf die Anhänger mitten auf dem Weg gestellt hat hier Alter was geht mit euch ab ey Justus warst du nur dein Anhänger hast du Zeit gestoppt dafür? Ja hab ich Dario mach rückwärts runter da jetzt sogar schaffst du das jetzt oder nicht? Alter wie wie kann man sich da so reinfahren nicht? Unmöglich Versuch irgendwie vorbeizukommen Justus Achso Kuppel mal ab Kuppel Lass mich Dario kuppel ab Wohne jetzt jetzt gib doch einfach Gas Ja Ich gebe jetzt ein paar Sekunden Ja Läuft sie wieder auf die Zeit Boah fahr geradeaus Mensch Dario kuppel ab 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 Euw Untertitel Dario kuppel ab Noll Not wirklich Давай Stylinder kann Ja lets play ُ die Erkrankung jetzt ist doch nicht schon obwohl wir können aber auch so und so weiter so mein 6 in Kanzel mit mir und vergessen und manche Eifel sie nehmen an den Städter aus der Mose auf die Reihe bis um Elbe Maria war allerlängst bei Schütz-Moblaß nur grüßt und wir machen ja gleich schon direkt mal ist wer auch ich muss mal kann ich drauf zu holen nein Nein. Ich warte nicht. Ihr habt noch einen, ne? Ihr habt Jorn und John noch nicht. Jetzt seid ihr. Jorn und Marvin, muss ich sagen. Wehe, du machst das kaputt, was ich gemacht habe. Dank Chris. Ne, das schafft Marvin schon. Er kann eh bis elf. Also bis zwischendurch. Ich bin jetzt ja gar nicht. Er lässt zurück. Was machst du denn? Was ist denn? Ah ja, aber... Ich hab die stoppt, ne? Zwei Sekunden. Rechts, rechts, rechts. Warum fahrt ihr alle vorbei? Es geht rechts lang, Mensch. Hallo. Hör mal, jeder fährt geradeaus. Das ist unglaublich. Bei mir sind die alle abgewogen. Naja, klar. Zum vierten Mal bereits bei mir. Mario, musst du es vorher sagen, Junge. Das brauche ich nicht sagen. Ihr seid alle mitgefahren. Und ich nicht. Ich kann leider keine Dinge auf die Straße plätten, aber wir müssen schauen, wo die Fahrten lang gehen. Mario, bin ich mitgefahren, also? Ha! Warte, die Kipper stehen immer noch im Weg. Ja, dann muss ich vorfahren. Mario, wir brauchen eine offizielle Ankündigung. Wie lange dauert das jetzt noch? Das dauert hier noch 15 Minuten. Nein, der Streams. Ach so. Zum halb bis zum 10. Eine Stunde wird das... Dam. Du ziehst da eine Stunde nicht Mais durch. Ich kann es vergessen, bis zum 11 musst du mindestens rechnen. Was? Eine Stunde, ja? Eine Stunde fürs Mais-Experte. Dann vier nach zehn. Spätestens vier nach zehn. Alles. Du ziehst ja nicht alles vor der gleichen Zeit durch. Mario, dann lass einfach morgen den Stream weiter. Nein, nein, nein. Mais läuft alles gleich. Mais läuft alles gleich, was denn? Eine Stunde? Dann bin ich euer. Das dauert hier eine Stunde. Ey, das dauert doch nicht mit, wenn da fünf Hänger auf einmal ankommen. Da wisst ihr doch gar nicht wer für was ihr zählt. Wir nehmen ja auch fünf verschiedene Silos. Hä? Ja. Trotzdem. Die alle nebeneinander stehen. Nein. Was haben wir von fünf Silos? Wir haben doch jetzt sieben Teams. Ja. Das geht nicht. Nein, nein, sieben. Die zwei Teams kann das machen, aber nicht mit fünf. Und geschweige denn sieben. Phil, ist wer? Wazel, wazel, wazel. Lass mich gerne. Ein Team ist schon mal raus, weil nur noch Justus da ist. So, Philipp ist weg. Nein, Chris geht bei Justus rein. Ja. Ja, das ist ja aber... Okay. Bis die Zeit? Das ist kein Problem. Äh, 10, 11. Oh, sieht gut aus. Ja. 6,30, ne? Ich fahre vor und räum dir die Fliegel aus dem Weg. Die Anhänger. Mario, musst du sagen, wenn ich um den Server joinen kann. Ah, danke, Dario. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Nein, Mario macht die 10er Paysafe-Card klar. Ja. Aber du musst die andere dann irgendwie noch verlosen. Warum? Bei dir? Marvin hat jetzt 10 Minuten 40, ohne Abzweigung. Wo ist er? Was ist das Mini, also was ist die Bestzeit bis jetzt? 11.27. Ja, da kann ich noch mal runterfahren. Echt? Bist du denn was da, oder was? Du hast jetzt gleich hast du 11 Minuten. Kass, kass, kass. Jetzt gleich Pferde gegen den Baum, oder so. 11 Minuten, Marvin jetzt. Und kurz vor der Ziellin, Pferde gegen den Baum. Sag mir bitte, dass die Dinger weg sind, ne? Die Fliegel, Dario. Joost, schreib auf. Was? Marvin, 11 Minuten und 3 Sekunden. Boah, Marvin, ey. Geile Scheiße. Warte, du wirst jetzt auf? Warte, du wirst jetzt bei den 10ern noch verlosen, dann. Ja. Kann ich jetzt drauf? Oder du musst noch eine dritte organisieren für die Gewinner nachher. Fahr rückwärts, rückwärts raus. Nein, nicht verhaken, nicht verhaken, nicht verhaken. Fahr vor. Was ist denn jetzt los? Bisschen. Und dann denke ich mir einen neuen Namen aus. Denki. Jo, jo. Siehste. Gib Gas. Gib Vollstoff. Welkstoff hier. Durchfahren, durchfahren, durchfahren. Oh ja, der Big X ist besser geworden wie die vorige Version. Aber immer noch nicht so wirklich Krone-mäßig. Ach komm, der ist doch gut. Sharp, Alter. Der Big X ist cool. Ach komm, der Baby ist besser geworden. Der Big X ist cooler. Der Big X ist cooler. Los, Sharp, wen habt ihr als nächstes? Ja, keinen. Kann ich jetzt? Nein. Nein! LS-Zocker muss auf der Dich machen. Außer, warte mal, LS-Zocker und während der Graben kann Chris joinen, ne? Wie ist das eigentlich mit Alkohol am Steuerkrieg? Kannst Vollgas geben. Chris, du kannst jetzt reinkommen. Ja! Da. Und go. So, jetzt. Schön gerade bleiben, LS-Zocker. Man kann auch private Nachrichten schreiben, so ist er nicht, ne? Nein, nicht joinen! Marat gesagt ja. Doch, join jetzt. Okay, dann join jetzt. Okay, stopp, ich hab gestoppt. Keine Panik, LS-Zocker. Keine Panik. Habt ihr Lust auf Hexeln? Ja! Ich würd' mal sagen, Hexeln, ne? Jetzt geht's mal ab hier. Jetzt auch nicht gedacht, dass das so lang dauert. Neustart passt, läuft. Vollgas. Machen wir es noch auf dieser Map? Nein. Nein? Wie kommst du auf das? Ähm, okay. Wie war's hab ich denn gestern meine Map gemacht? Drei Stunden? War die jetzt in dem Mod-Pack schon mit bei? Das ist genau so wie, das ist genau so wie, als du äh, die... Also... Mare, ich find die Lust immer vom Westen. Mare, ich find die Lust immer vom Westen. Mare, moddest du auch? Ja, es geht. Ich hab schon ein paar Sachen mitgemoddet. Vor allem Texturen und so weiter. Mare, das ist Geschreibungen, Shop-Bilder und so weiter. Sowas. Das ist genau so, als du die, äh, No-Name-App, die... Ach, scheiße, was steht denn da scheiß Hänger da vorne? Wegräumen! ...zu 90% fehlerfrei gemacht hat, als du die gelöscht hast. Genau so ist das. Genau so. Kann ich jetzt eigentlich starten gleich? Ey, Tavini, stellt den Hänger da hin, ey. Ey, lasst doch das einfach, ihr schafft das eh nicht. Was denn? Ja, äh, unterbiete mal 1103, äh... Ach so, das meinst du? Also ich muss sagen, das ist echt schick, ne? Ich schätze niemals mich. Ihr könnt Chris schon mal starten lassen, ne? Geht nicht. Ich kann mich nicht vorpflanzen. Wir hatten den Hänger hier. Jens, kannst du dann mein Fliegel zurückbringen mit deinem Ding? Oder Dominik? Fahrt weg, hallo! So, wie wär's mal mit dem Deckfahner? Kommt einer hoch! Oh, diese Fahnen, die sieht so, so... Ich will bei den Fahnen, wie sie aussehen. Scheiße. Nein, die anderen Hänger können ja auch mal wegfahren, bitte. Das ist alte Zeit früher. Bleibt ja weg von der Linie, von der Hauptkampflinie. Ja, das sieht eben echt so aus, wie dann alles, wenn so viele Fahnen da rumhängen. Wegfahrt, das ist so. Und auf jeden Fall Joost sein, Ding. Geht doch mal mal vorbei. Sieht echt lustig aus. So, wer kommt von hinten? Von hinten kommt der Dominik. Oh, der lässt sogar. Ich fahre weg. Scheiße, ich stoppe. Keine Rolle, ich hab gestoppt. Nein, nein. Sorry. Ihr vergisst, dass wir im Livestream sind. Und das Niveau sinkt genauso wie letztes Mal. Du hast das ein paar Sekunden bekommen, ne? Fünf Sekunden waren das. Ja. Waren Jordan Joint jetzt? Nein. Wann soll er denn? Also, wenn der Letztock da oben ist. Ey, das Niveau sinkt genauso wie letztes Mal. Ja, an mir liegt's nicht, ne? Direkt auf einmal. Ja, Mare. Ja, Mare. Ja, ja, ja. Ich will auch sagen. Ja, Mare, was machst'n du da grade? Wenn Chris, einer von euch, bitte den Anhänger mitnehmen. Ihr müsst ja gar nicht hochfahren, Dario. Fahrt einfach zurück zum Anfang. Oh, Joost, steig mal raus, steig mal raus. Joost, ne? Oh, ne, 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 ne. Das liegt vor allem an den anderen hier. Der ist geil. Chris? Ne? Ne. Machst mal die rundum leuchten aus, dann hast du vielleicht zwei Pärse mehr. Alter, zeig mal her das gute Ding. 11.30. Joost, schicke Ding. Warte. Die Panther, du musst jetzt ein bisschen warten. Äh, schön, da vorne in die Sonne stellen. Die Panther ist cool. Da vorne in die Sonne stellen, oder? Aber Chris, fährst du schon? Nein. Dann wartet noch, weil dann lasst Jordan joinen, dann könnt ihr beide hinteneinander starten. Oh, das glänzt hier voll rein. Oh, scheiße. Rückwärts, dein Nest-Zucker rückwärts. Ach, sie hat dich festgewahren. Ey, er kann sich jetzt halt doch mal an hier. Ja, warte. Ich hab schon mal einen Fail gefunden am Schneidberg. Okay, lass den, lass den. Nein, jetzt fährt er wieder rein. Komm mal. Rückwärts! Hallo! Warum fährt er denn rückwärts? Was soll ich angucken? Soften. Leichtig. Ja, macht es sich wieder, um sich das macht man nicht wie er verdreift, jetzt hier wo? der linken Scheiß ab und wird muss er mit ihnen vorbeifahrt gesichert aber nicht ein paar Prozent nicht jeder Stelle von dem Motto durch die Stimme oder wie Marvin ein Brot er wird er auf die Doppel-Mens sind ganz oben nicht ganz oben aber großartig kommt der Bische der Mai und ist noch vor allem aus dem doch ich komme nach oben ich komme nach oben die ich so will sich bei dem Kunde drauf der Kürtel Prozent Fotos die Kölner auf 1 2 3 4 ich komme raus es ist immer ein bisschen raus oder da du kommst er in Reihen aus Joost, ach Fotos, ich habe mich extra so gut hingestellt. Joost, warum hast du mich hier eingesperrt? Ich komme nicht mehr raus. Ja, dann werfen wir aber zwei gerade, die müssen noch raus und der Case muss da hinten weg. Kann jetzt Chris dann fahren, wenn der S-Zocker hier oben ist? Nein. Dann lasst ihr zuerst Jordan hoch, dann fahrt ihr beide fast gleichzeitig los, okay? Ich stecke im Hexta fest. Ich komme nicht mehr raus. Dann sind wir umfühlen nachher, aber ich werde fertig. Im Hexta, ich bleib Fahrrad. Ich komme nicht mehr raus. Joost, das ist da drin. Nein, Joost steht über dir. Auf dem Hexta drauf. Ja? Ja. Nee, ich will nicht. Bei mir sitzt du drin. Bei mir sitzt Joost, das ist drin. Hä? So, er lässt sogar gleich ist es vorbei, die leiden Siegner. So, 1340, komm, schaffst du es noch mal 14. Komm schon. Jawohl. Ja, okay. 13, schreibt auf. Aber ich kann nicht groß drauf oder aussteigen. Hör mal kurz zu. Scharf, schreib auf. L, K, L, S, Zocker. 13 Minuten, 45 Sekunden. Oh, wäre er schlechter als der andere. Soll ich jetzt noch mal vom Stoffer gehen oder was? Nein, lass doch drauf. Jetzt lass die Orden hoch. Nein, zwei Schichtes da. Jetzt immer noch. Ja, lass die Orden hoch. Ich komm ja nicht mehr hier drauf. Ja, du kannst rein, ne? Oder extra raus, irgendwie. Ich komm ja raus. Ich komm ja nicht mehr raus. Wir sehen uns gestern in der Schulter. Das ist meine sogar. Alex, das dauert noch 15 Minuten. Das hab ich schon gesagt, aber... Was ist das mit Jorden? Jorden, du kannst, ne? Ich geb dir mal Talkpower. Jorden? Kann ich jetzt auch nicht kurz disconnecten und wieder drauf gehen? Hey, Jorden, bist du da? Ja, ich komm nicht mehr raus. Das ist es ja. Dann geh ich gut raus. Yes, ich hast du's drin. Ich komm nicht mehr raus. Okay, jetzt schon da. Okay, passt. Erlabert nicht, ich hab er adjoint. Okay, höher kann er. Gut, das reicht mir. So, ich schau nochmal kurz. Das ist ein Chaosaufnahme. Soll ich die LabCamp ein bisschen entgelbisieren. Soll ich noch mal bemache. Hier Felix und Christoph haben sich wirklich Auszug genannt, ne? Mhm. Muss doch Felix Avatar gucken. Erjoint jetzt? Ich. Und für dich. Spät ist es über 21 Uhr. Dominik, stell mich mal bitte wieder auf. Jo. Moment. Moment. Ich hab mich nie mehr in den Hextereien. Mein Scher. Also, Chris bist jetzt schon erfahren. Ich steh hier, noch am Start. Ja, und wer fährt Chris jetzt mal, begleite ihn jetzt? Ich kann machen. Gut, Jos, dann starte mal. Jorden, du kriegst gleich dein Anhänger und dein Ding und den darfst gleich loslegen, ne? Lamborghini steht dann noch auf der Fahrbahn. Entweder fährt Sharp mit oder ich. So. Da kommst du gar wieder nach. So, am besten wäre es fast, es fährt Sharp mit, weil dann kann ich rausgehen und dann auf dem Server die Fahrzeuge kaufen. Ja, lass mich dann gleich auch noch drauf kommen. Er lässt sogar jetzt nicht mehr. Jorden kriegst du gleich. Ja, Jorden hat dich schon ein. Super. Aber Jorden, du musst echt schauen, bei dir hört man den Sound so übelst. Entweder musst du den Kopfhörer aufsetzen oder irgendwas machen. Das ist doof. Hört halt alles mit. Danke Jens. Er trägt dich als mich, ne? Oder Jordan. Jorden, links. Nein, du müsstest falsch gefahren. Aber auf Pfeibers Flussbett ist eh scheißegal. Geht auch. Jorn, hallo, nicht so weit hinten. Fär ist gut, Chris. Fär ist falsch, Jorn. Stimmt. Ja genau, fahr einfach auf dem Fluss drauf zu. Genau wo ich hier stehe, genau fahr hier rüber. Jawohl. Dann kommst du hier genau bei mir wieder zum kürzesten Weg hin. Kann man über das Feld auch fahren. Jawohl. Fahr mir einfach nach, Marvin ist auch da. So, jetzt nennt mir mal bitte, wie viele Zeiten ihr habt. Jost, warum bist du so lahm, Alter? Ja, ich schade. Warum kannst du das machen? Ja, das ist Jost nicht. Schrappi? Er hat die Zeiten nicht. Ich hab die. Achso. Ist ja doof. Ähm. Bester ist. Nein, du sollst mir nur sagen, wie viele gefahren sind. Warte. Bitte. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Scheiß Dreck, da fehlt einer. Philipp. Nein. Chris fährt doch jetzt für den. Achso. Ist doch egal, wenn es immer nur zwölfe sind, ist doch Wayne. Ja, jetzt reizen sind es ja dann. Weil, äh, Jordan fährt noch. Jordan. Ähm, dann noch, äh. Nein, Dominik. Äh, äh, was? Ja, Ding fährt jetzt noch, Chris und, äh, Joan. Die zwei fährt noch. Ja, ja, noch haben wir das. Jetzt dann noch fehlt, ist mir ziemlich egal. Ja, dann lass ich mich gleichzeitig fahren, dass wir nicht fertig werden, weil wir nexten können. Wir müssen mal, ich, wir lesen da nochmal kurz die Teams vor und dann schauen wir, also wir wissen jetzt, wo Chris reingehört, der gehört zu Justus. Ähm, wo einer fehlt? Erik, Erik, Erik ist nicht gefahren. Erik, der war bei Alex, oder wie? Äh, der war bei IAS. Echt? Ja. Und der ist weg, der ist weg? Ja. Ja, wenn einer noch mit, wenn einer jetzt noch fahren will, kann er gerne fahren, also einer, der neu ist, aber. Ja, ich fahr wohl. Ja, willst du fahren, Just? Ja, aber ich hab grad, Chris. Naja, ist, ach, du hast, ach, Chris fährt schon. Ah, Opfer. Chris, du fährst schon. Ja. Gut. Äh, Jordan, wo bleibst du denn? Wenn ich mir den Schlepper aussuchen darf, das wär ganz nett. Dann nimmst du den Quattrack. Äh, ich soll den Lamborghini. Hier ist, wo ist denn Jordan? Nein. Ich nimm mir nicht den Quattrack. Ja, nimmst du den Lamborghini oder den Deutz? Jordan, bist weg. Nicht, ja? Ja. Dann ein Puma oder so. Nein. Hä, wo ist Jordan jetzt? Da haben wir noch ein bisschen mal einer. Ja, Kurve ist so scheiße. Ey, ramm ich mir. Alter Schwede. Du bist doch jetzt frei. Ich hab dir geholfen. Schau dir mal das Feld an, ey. Ich bin mal davor gedrückt. Oh Mann, wir hatten den Scheiß gemacht. Ja, wo ist doch frei. Du bist eine Mongo. Falsche Richtung. Du bist kein Mongo. Joint Gamer. Darf ich den hinstellen? Den T6. Danke. Ich kriegst du nicht mehr. Scharp. Wie viel hab ich denn bisher? Drei Minuten. Du hast gleich vier Minuten. Scharp, du hast jetzt keinen, ne? Noch nicht. Ja, ich weiß, wer nicht gefahren ist. Jetzt kommt noch Jordan. Jetzt hast du vier Minuten. Und dann fährt Joost noch für Erik. Ich muss sogar noch blinken. Dann haben wir es eigentlich. Joost. Man muss immer blinken. Gibt hier keinen Begings. Man, wo manche wieder das Ding eingelassen haben. Wahnsinn. Wo ist denn Jordan jetzt, verdammt nochmal? Fährt denn der rum? Der war doch vorhin gerade unterwegs. Joost, aber ich blieb sogar. Ich nicht. Jordan, du hast ihn rum. Wo sollst du jetzt zum Start zurückkommen? User in your channel time down. Ich muss dir mal Top Power geben. Was ist denn? Du kannst reden, ne? Ja. Servus. Wo bist denn du? Ja, du sollst doch fahren. Jetzt bin ich hier. Aber man kann nicht. Aber auch in meine Zeit. Ich hab das gerade ausprobiert. Wenn man Chris anschubst, man fährt nicht schneller wie 15. Ah, ich bin richtig. Ich komm jetzt noch. Weißt du das da hinten? Ja, gut, dann komm hoch. Weil ich, ich zeigte dich gleich. Du hast noch eine Träger da drin. Sobald Joost fertig ist. Oh, hier ist ne du auch noch. Warte doch. Drei Jahr. Jordan, kannst du bitte deinen Soundleiser machen? Man hat alles mit. Würde ich jetzt nicht gehören. Das ist echt scheiße. Sonst muss ich es wieder muten. Achtung, Joost. Ja, der Big Panther ist eigentlich hier noch auf Zeit? Ja. Da hab ich mir jetzt gerade das Knie geschossen. Ja, das scheißegal. Der gewinnt sowieso nicht mehr. Du einmal also. Hey, hier ist Rüi. Dann du da einmal. Was hier machst? Reißt dich zusammen. Ja genau, schieb mich zur Seite. Nichts passiert hier. So, krieg ich den Ding, Jens? Marv, den Lambo. Ich merke, ob meine Stimme kackt schon wieder ab hier. Marv, Marv, dieser Hose-Sohn. Ich treffe mich direkt nie. Ich treffe mich einfach zur Seite ab. Das ist fies. Marv, die treffe mich zur Seite ab. Was? Ich treffe mich zur Seite ab. Schau, ich labere doch nicht. Jens, du musst mal wegfahren. Lass mal Jordan hier ran. Ey, das ist fies. Was macht ihr jetzt mal an, Digga? Fahr den scheiß Ding weg. Nee, und weißt du was? Jordan, Jordan, geh in den hier vorne rein. Marv, die ist fies. Marv, die ist fies. Schau, ich fau weg. Okay, Jordan, fünf, vier, drei, vier, zwei, eins, los. Ja, genau, hier. Die macht fast da, Junge. Ich muss ihn bemuten, Jordan. Fahr einfach weiter. Sind wir nach dem Jordan fertig? Nach dem Jordan sind wir fertig. Just? Ja, endlich. Das sieht ganz gut aus für Chris. Ernsthaft jetzt? Ja, das sieht wirklich richtig gut aus für ihn. Er hat jetzt sieben Minuten. Wissen, ja. Dann schafft das nicht mehr. Ich habe die Runden fünf Uhr. Ja, für alle. Wissen, äh, los, du musst noch einspringen, mit Erik. Oder Schaub, Schaub. Wissen, Schaub. Schaub, wissen, Schaub eigentlich. Weiß es nicht. Es ist immer lustig, wenn die Eierkirchen verschwinden oder ich was zu sagen. Halt so. Jordan, bis jetzt ist ganz gut. Ja, Chris, gib mal ein bisschen Gas hier. Ja, ein bisschen Gas gegeben. Oh, der war gut, der gu... Die Kuppel war gut, Justus. Oh, den Chris, den Schörlers nicht. Der ist es gewöhnt, oder? Das ist sauber, Justus. Der war's. Das sagt auch gar nichts mehr. Ich weiß. Ja, wo ist es nicht scharf? Weil dann könnt ihr nämlich einspringen, Mensch. Es kommt... Jawohl, it's a... Nein, es gibt es nicht. Dominik, Christoph, Felix, Julian... Ach, scheiße. Jetzt ging es ab. Schaub ist komplett raus. Jetzt nicht mehr schieben, weil jetzt muss er verrecken. Alter, ihr seid so hoch, so hin, ne? Der wird mich nicht mehr unterbiegen. Die Schufe war die ganze Zeit gegen diese Faden und alles. Warte. Ja, ne? Alexander ist unten, Nico, okay? Hier oben sind alle da. Hey, Just. Ich dachte, du willst auch nochmal fahren. Just, fahr sofort. Filch sofort drüber. Und stopp dich selbst. Ich muss Chris stoppen. Ich dachte, er ist schon da. Nein. Nö. Chris, du bist zu lahm. Ey, ja. Die Schufe ging... Die Wände, ging die Wände und alles. Nee. Jetzt aber auch hier nicht. Scheiße labern, ne? Ja, ist klar. 230. Guck mal, wie ich hier fahre, Alter, dass das möglich ist. Wo ist es? Nein, über den Berg oder? Ich will ihn gerade nicht. Scheiße. Denk fest. Ach, da vorne fährt der Jorn. Ich sehe ihn. Ich bin von Mario. Warum wurde ich nicht von Mario gestoppt? Das ist fisch. Ah, danke. So. Jeder fährt mit Big X 4s. Jeder. Jedes Team hat ein Big X 1. Das ist ein Traktor. Einer passt extra zum Big X. Könne ich auslaufen, wer von euch jetzt trinkt? Das ist mir vollkommen wurscht. Der Traktor kippt die Gleisung. 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 Ich bin mit 3 km einfach mal gefahren, Mensch. Ich war auch mit 3 km, jo. Ja, siehste. Siehste. Darf ich mal kurz Marvin? Marvin. Nein. Marvin, tschüss. er kommt vor der Rutschieber drunter das ist wichtig jetzt mann benehmt euch jetzt kommt der Schieber rückwärts hier runter da hast du mit Chris fahren Mensch ja näher kann oder 10 Minuten 14 hast schon ja ist klar ich werde den Berg wieder runter geschoben und alles wir haben auf der Handy wie heute geht das wieder so noch Joost und sobald er im Ziel ist, zwischst du sofort rüber und ist jetzt macht sich selbst los wollen keine Zeit mehr für die ich kann mir vorstellen dass die Geduld schon langsam am Ende ist weil es einfach viel zu lange dauert Alter wenn wieder der und der nicht nicht da ist dann macht eine wieder scheiße eine joint wieder das kostet schon eine halbe Stunde mindestens die schlechteste Zeit runter holen das war zweiterlich äh Chris du sagst dann wenn du im Ziel bist ne ja ich kommt von Kaulyo und jetzt bin ich er hat der Lambo und Motorschein ich glaube der steht jetzt ein bisschen ich bin Ah, halt völlig. Mann. Wo sabotieren sie den denn? Wir sabotieren den. Ja, ich... Ja, vorhin... Wir ziehen... Chris, gib zu, sabotieren die ich oder nicht? Ja. Wie viele Sekunden? Keine Ahnung. Minuten. Was viele? Minuten. Zehn? Das sind schon Minuten. Ja, das sind schon Minuten. Das ist echt so. Bitte, dann haben 10 Sekunden. Ja, da hab ich die Drecka mal hochgefallen, wenn da hab ich mich der Bruch geschoben. Okay, wir... NS-Drucker, bist du verrückt? Zwei, drei Minuten, drei Minuten. Und wir fährst nur davon rein, Mensch. Jetzt, Marvin, dein Herz! Jordan, dafür kriegst du von mir ein bisschen Anschub, ne? Du musst ich mal das Fung der Weg haben. Du musst mich mal das Fung der Weg. Ich hab grad' Schwung. So, da, da. Ach, schon, doch. Ja, da ist sogar Gefahr hinter ihm. Bitte. Ich hab' mit 8, komm hoch, komm hoch, komm hoch hoch, komm hoch hoch, komm hoch hoch, komm hoch hoch hoch. Ist das ein Scheiß? Und ich bin gleich im Ziel. Nein, wir lesen deinen Witz nicht. Bitte spam nicht zu. 10 Sekunden für die Panther, finde ich auch in Ordnung. Finde ich auch. Aua. Finde ich auch in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. 5,40, Jordan. Angehaucht rassistische Witze bringen? Nein. Du darfst gar keinen Witz bringen. Sind wir tot ernst? Nein, Marvin, Marvin. Ja, das ist genau so. Wir waren ein bisschen zu Kassion, aber fahr aus, weil dann bleibst du gegangen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mag ich ja, aber trotzdem wird er hier nicht geduldet. Ja, wir haben weiter, alle, geringer. Sechs Minuten. Hier ist, gleich bekommst du einen Bun, ne? Kommt das selber raus, wir starten den Server eh gleich, ne? Ja, ne, wenn du Tokwa hast, bist du ja eben nicht start. Dann laberst du ja wieder. Das ist, du hast dich gerade selbst verarscht. Jordan, gut in der Zeit. Sechs dreißig. Was? Du kannst da gebannt werden, Hirst. Liegt bei dir. Ist schon, äh, ist schon da, Chris? Chris? Schon ne Minute. Okay, du hast 12,20. Der soll nicht besser sein, der kann nicht besser sein, wie se... nein. Ich lass mich einweisen, wenn er besser ist, als ich. Er hat 12,20. Siehst du? 12,20, wie ist so gut, wie ist das? Also 12,10, ne? Hey, spinnst du? Gar nicht, er hat 11. Hey, spinnst du? Jordan ist, ich hab's abgezogen, ne? Gestoppt, ich hab's schon kommen sehen. Jawoll, läuft wieder. Ja, er ist nicht besser wie du. Und er will ja auch kein Geld, also von daher. Und wie ist mit Jordan? Jordan? Weiß ich nicht, was er hat. Nee, Chris hat 12,10 jetzt, oder wie? 12,20. Äh, gar nicht, 11,20. Ja, will er sagen? Nee, du hast gesagt, 12,20. Nee, ich hab mich getan. Der ist doch nicht schneller als... Doch, wir haben ihn ja... Wir haben ihm gesagt, wir geben ihm drei Minuten. Wollen wir dann mal mit den Hexen anfangen? Wie, du gibst ihm drei Minuten Abzug, oder was? Zu, der zu. Ey, wie? Gar nicht, also, wir haben ihn drei Minuten aufgehalten. Was? Ey, du lässt ihn nochmal fahren, hier. Nee, ganz ehrlich, den lässt du nochmal fahren. Okay, Chris. Joost, du fährst jetzt so Misty und, äh, Chris, du zählst bei ihm, ne? Jetzt kannst du ihn rächen. Okay, alles klar. Kann so nicht sein, Mensch. Das wird immer später, wenn du das jetzt nicht versaut hättest. Nicht dein Ernst, Chris. Ich weiß nicht, was das für ein Schwachsinn ist. Ich glaube für mich selber. Geh mal bitte aus dem Weg, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Drei, zwei, eins, go. Wer muss das noch fahren? Acht Minuten, Jordan. Hallo, wer muss das noch fahren? Ich. Joost und Chris wird nochmal. Warum nochmal? Ich kann für Chris fahren. Weil, die drei Minuten, die kaufe ich dir nicht ab, dass das genau drei Minuten sind. Doch, scheißegal, er will doch eh kein Geld haben. Wofür spielt denn das jetzt eine Rolle, Mare? Ja, also, echt. Es geht darum, weil die Zeiten ja gewertet werden. Ja, ist ja egal, er will eh kein Geld haben. Ja, das bringt aber ihm nichts, sondern dem, der mitspielt, dem Team. Weil er bekommt ja einen Wert von 20 Euro, wenn er kein Geld will. Und das ist dann schon so eine Kohle, ne? Ey, warum bekommt er aus dem Team das dann? Was, wie? Chris ist jetzt als Ersatz gefahren für das Team von Justus. Und Justus ist jetzt gearrscht. Gut, er hat eine gute Zeit bekommen. Aber weißt du, wie gut oder schlecht die Zeit wirklich war, wenn er ganz normal gefahren wäre? Weißt du nicht? Genau, das ist jetzt eben der Vor- oder Nachteil für Justus. Und wenn Chris kein Geld wieder kriegt, wie machst du das, wenn er gewinnt 20? Es fährt doch jeder Einzelne, dann sind die Teams doch irrelevant. Wenn jeder Einzelne. Wie oft? Ihr habt es echt nur nicht begriffen, oder? Nein. Alter. Also, jeder fährt einzeln, weil jeder die Chance hat, sich im Team, ja, seine Zeit zu fahren. Beide Zeiten werden addiert von jedem Teamkollegen. Das gilt dann als Teamzeit und das wird dann mit den Punkten, die jedes Team bewertet. Beim Vertexen ist es genau dasselbe. Da geht's, welches Team zuerst das Volumen hat, die 100.000 in dem Fall. Und dann werden die Punkte addiert vom ersten und vom zweiten Durchlauf, also vom ersten und vom zweiten Weltkampf. Der Sieger bekommt jeder einen Zehner. Ah. Lustig, dass ihr das jetzt nach drei Stunden nicht kapiert habt. Du hast uns das aber auch nicht wirklich erklärt. Nein, der hättest nur das Video anschauen müssen, Just. Just, macht's Spaß? Na ja. 10-11 hast du jetzt. Ich merke das gar nicht, also von daher. Der lässt sogar vergleichen wir bitte aus dem Weg, dass wir den nicht aufhalten. Und nicht so. Nee, wirklich, ich merke das fast gar nicht. Oh, Mann, Mann. Scheiß drauf. Dann hol ich dich leichter ein. Wo denn? Ja, wie besser. Ich hab bisher noch keinen einzigen Weg gehabt, Alter. Und was willst du jetzt machen? Das. Das. Das, okay. Komm schon, 10.45. Ey, das ist ja nicht gut in der Zeit, ne? Ja, und du bist übelst gut in der Zeit. Ja, und komm, zieh. Du bist übelst gut in der Zeit. Mich schlägst jetzt wahrscheinlich nicht mehr. In der 10.30 schaffst du nicht mehr, aber unter 11 Minuten schaffst du, äh, unter 12 schaffst du das. Komm, Jordan, zieh. Gib Stoff. Bölkstoff. Justus, fahr bitte aus dem Weg. Danke. LS-Zocker, du bist da gut aufgehoben, wo du stehst. Oh, nee. Jetzt kommt das Video von... Alter, Unfälle im Fall in der Landwirtschaft wird mir geschickt. Justus, komm, mal weg. Fahr weg, mal weg. Warum muss eigentlich Joint-Gamer die ganze Zeit nachlaufen, wie so ein Joseon? Ich meine, wenn es Jordan antreibt, ist es ja schön. Ey, Jordan hat echt eine gute Zeit. 11.40 haben wir jetzt. Das schaffst du in der 12 Minuten. Komm, 10. Justus, fahr weg. Justus. Ich zähle dir zwei Sekunden ab, Jordan, ne? 1, 11, 58. Also, 11, 57, weil es fast 59 ist. Also, Jordan, 11 Minuten und 57 Sekunden, okay? Hallo. Mir ist jetzt nicht der TS abgestützt. Mir ist der TS abgestützt, juhu. Denk mir, warum ist es auf einmal so ruhig? Check einer Fragen. Alter. So. Ach so, Servus. So. Was hast du für eine Zeit? 11, 8, 11, 57, halt, ne? Ja, ordentlich. Ja, Jordan, 11, 57. Keine Ahnung. Just, kannst du schreiben? Ja. Okay, 11, 11, oh Gott. Oder, Chris, kannst du das ja mal aufschreiben? Just, fahrst ja noch, ne? Einfach, so. Just, grad, wäre der Master, ne? 11, 12 Minuten, glaube ich. 11, 57. Jordan, du merkst dich selber auch, ne? Falls jemand einen Scheiß erzählt, dass deine Zeit mehr infiziert ist. Okay. Just, du bist denn, du? Was bist du? Du leckst, du wieder so. Ah, es leckt. Es leckt. Okay, es leckt. Was mache ich eigentlich hin? Also, wir lassen jetzt Chris Zeit, seine unlogischen 11, 20, aber okay. Also, Dominik, du schnarrt, will. Ist es Cheney? Ja, ist der nächste, nimmer. Joost, wo bist denn du? Ja, können wir machen. Ah, ja, Master, guck doch mal gar nicht. Wo ist denn er, Chris? Master. Ah, ich bin ja immer nur für ein A, Alter. So, hab ich wieder keine Talk Power, Alter? Ja, sie ist super. Meine Fresse. Was? Hab ich wieder keine Talk Power bekommen, verdammt. Was? Verlack gut noch gelernt. Bitte schreibt auf, für Jordan, 11 Minuten 57 Sekunden. Wollen wir auf deine Seite? Ja, ich kann auch noch mal was sein. Zum dritten Mal. Ja, ich hab mir auch wieder kapiert. Joost, wie weit bist du? Ah, okay. Hab Zeit aufgeschrieben. Super, danke. Das ist ein Tempo-Arts, oder? Jetzt ist es aber sechs Minuten. Äh, was machst du? Nein. Das ist nochmal ein Bild wert. Das schieb mir mal an, hier. Was ist das? Okay. Oh, nee, da steht ein Anhänger mitten auf der Fahrbahn. War bei mir auch. Alter, warte, ich muss mich mal vor der Arte. Ich kann mich wieder zurecht drücken. Da sitzt sogar jemand drin. Du musst bei Joost verfolgen. Joint Gamer. Bist. Fahr da weg. Alter, was? Hast du mir den Traktor anhandagestellt? Da haben wir es nicht mehr normal. Jetzt stehle, jetzt stehle. Dein Pulto stehle, doch. Hier ist, du bekommst jetzt gerade keine Talk Power, wenn gerade einer am letzten Rand ist. Wie ist das? Alter, glaube ich, halt einmal länger. Alter, das ist nicht mehr normal. Was macht denn mit den Scheißdingern, ey? Habt man die andere mit drin? Ja, ja. Die Schreie, meine Grafikkarte können wir richtig fast gut färben. Wahnsinn, ey. Also, meine Grafikkarte können wir richtig geil in gelb machen, eigentlich. Deiner Grafikteile. Ja. Dieses Metallgibau kann man nämlich abschrauben. Da sind Schrauben dran, richtig? Ich kann man locker abschrauben. Du sagst, der X lässt sich raus. Warum? Der ist doch kleiner bei uns, oder? Richtig geil. Sechs Minuten zehn. Justi, weit? Ähm... Ich bin hier... Äh, der fährt auf der falschen Seite. Der Pscheiß. Hä? Ich fahr nicht auf der falschen Seite. Doch, du müsstest da vorne vorm Zugreifen. Ich bin richtig, aber gut, ne? Was? Das tofe ist, dass wir morgen die selben Spieler wieder zusammen bekommen, ist so irgendwie ausgeschlossen. Deswegen müssen wir das wieder noch machen. Ich bin bis jetzt richtig gefahren. Yes. Ich bin nicht. Wo bin ich falsch geschrieben? Nein, ich bin nicht. Nein, du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Schau halt mal. Wo bin ich nicht. Ich bin nicht. Du bist nicht. Ach so, das ist ein Joint-Gamer. Ach so. Ja. Oh nein, 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 nein. Vergiss. Vergiss. Joost, das ist schlecht von dir, ne? Ganz schlecht. Was? Ich hab acht Minuten jetzt. Ja, ja. Du bist schon achtergrößt. Bist du schon achtergrößt? Ja. Spange. Ach so. Der hat schickt dich mal, ich bin sechs. Jetzt bist du bei acht Minuten. Weil ich fand dich. Aber ich hab jetzt bei acht Minuten 13. Jetzt sind 15, 16, ja. Ja, du. Du bist auf sich selber? Warum sagst du das nicht? Hab ich doch gesagt. Alter, ist es wahnsinn, was die für eine Auffassungskammer hat. Wenn es in der Schule auch so ist, wundert mich nicht, wann die Lehre man sagt. Christian, Christian, so geht es sich weiter mit hier. 4K-Mach, der zieht zu wenig. Lass mich. Nein. Das war nur meine Einschätzung als Lehrer. Ich wurde nicht einfach nur einmal am Hand an. Nein, aber es ist halt mit so einer Masse, da kann man halt so viel Sachen machen. Also, ich war doch mal weg. Ich war doch, ich war doch. Ja, ich schalte immer alle auf, durchzugenärende, dem zu, wo ich meine, der redet, kein Stoß. Mare. Ja. Ach, voll Bock, wenn man aus dem, äh, ganz und zwar aus. Ich weiß nicht, ob man ausgeschmissen wird. Echt? Mhm. Das ist bei mir einmal passiert in der 9. Ne, achte. Achte oder siebte. Siebte. Das ist bei mir fast jeden Tag. Achte. Echt? Ernsthaft jetzt? Kann ich mir gut vorstellen. Soll ich dir mal die Gedanken machen, Chris? Am Zeugestand nichts. Ich glaube, der Chaos-Trupp wurde genau durch dich gebrochen. Ich hab doch nichts gemacht. Es kommt immer von jedem. Es ist immer dasselbe. Hast du nichts gemacht? Joost. Hallo. Ah, da oben ist mein, äh, Lambo. Ich versuche doch mal morgen nicht. Ich versuche mal morgen nicht. Was? Ah, hier. Jetzt weiß ich. Okay, danke für die Info. Jetzt bin ich schlauer. Was? Bei 6 verweisen. Ich glaube gleich. 6 verweisen? Also eigentlich bisserl ja schon geflogen, aber gut. Ne, mit 7 ist man geflogen, oder? Bei 3? Ne, bei 3. Ne, bei 3. Drei verweisen musst du weg. Alles klar, alle fahren hinterm hier jetzt. Hallo. Hallo. Schieb mich an, schieb mich an, ja. Aber jetzt der war wieder Profimäßig. Haben wir ihn aus dem Klassenzimmer geschickt wird? Ja, ich hab gehört. Dann muss man vor dem Klassenzimmer warten, das war's. Soll ich den mal anschieben? Ja, mit Dario. Das ist ein Ur-Eintrag teilweise. Das ist schon da. Ah, guck es. Nicht anschieben, jetzt kommen sie alle. Stehen da hin. Alter, ich nehm den Kippermiss. Ich nehm den Kippermiss. Joost, musst du mit langsamer werden von der Zeit. Warte. Hallo Joost. Joost, deine Zeit wird langsamer. Joost, deine Zeit wird langsamer, sagste. Du nimmst den Bein Kippermiss. Alter, was? Achtung Joost. Du hast mich locker ne halbe Minute aufgehalten, als du da hinten zwischen den beiden Pfosten gepackt hast. Alter. Chris? Was? Du bist ja nicht ernsthaft, jetzt grad reingekommen. Doch. Doch. Oh, Leute. Das war zwei Sekunden. Wen soll ich moven? Alter, was ist, was du mit dem, wer den Holland hier auf der Brücke versenkt? Alexander, so. Das sieht da aus. Du kannst die Brücke versenken. Können wir zum Schmied fangen. Ja, wo ist Alexander? What the fuck ist mit dem Passagier passiert hier? Servus! Das geht mir nicht an, warum man nicht ernsthaft, man einfach vernünftig spielen kann. Das ist wieder Wahnsinn. Sich von anderen mitleiten lassen und dann nur Scheiße bauen. Das ist das typische, was zum Schluss immer rauskommt dabei. Joost, ich bin auch ganz normal gefahren. Joost, ich bin auch ganz normal gefahren. Joost und Marvin haben mich dann noch die ganze Zeit gerammt. Ja, und warum musst du das jetzt bei ihm machen? Nee, ich hab dich... Du hast drei Minuten abgezogen und hast die beste Zeit von allen. Ich weiß. Hab ich das? Hat er nicht, hat er nicht. Ja, hast du. Hat er nicht. Du hast gesagt 10.20. 11.03. 11.20 ist die zweitbeste Zeit. Er hat 11.20. Ich will die 10 Euro eh nicht haben. Siehste? Das hättet ihr unter normalen Umständen nie geschafft. Mario, ich schenk dir dann die dritten. Dann im dritten. Was verschenkst du? Ich meine, wenn ich die 10 Euro gewinne, schenk ich die dem dritten oder? Also mir. Nee. Ja, dem vierten. Er gewinnt sie eh nicht, weil er verloren hat. Alter, 20. Ich hab F3. Los, komm, zie durch. Ich weiß. Ich sag dir, wenn du stoppen darfst, ne? Weil ich es genau sehe hier. Ey, geh einfach bitte weg. Fahr weg. Alter, was ist hier los? Vielleicht müssen alle mal gleichzeitig den Berg runter. Just, ich sag mal, du stoppen kannst, ne? Alle zusammen an die Kante fahren und den Berg runter. Jetzt. Hey, wake up. 12.20. Wie? 12.20. Okay. Willst du den Abzug wegen blockieren oder passt das? Nee, ja. Doch, 30 Sekunden. Ja. 10 Sekunden. Reichen. Aber bei Chris, bei Chris hab ich immer gestoppt, als wir ihn geblockt haben. Also, 10 Sekunden reichen oder wie? Ja, bei Chris hab ich immer gestoppt. Ja. Also, 12.10 für Just. Ja. Ich bin jetzt raus. Und ich geh jetzt schleunigst drüber. Wer macht den Server aus? Und der Berg runter. Wuuu. Just, kannst du bitte allen den Teams dann die Ding zuordnen? Die Zeiten zusammenrechnen? Ja. Ja. Alter, bin ich hier runter? Alter, what the fuck? Äh, Mike? Okay. Wir haben Besuch. Wer ist da? Warte. Vom. Come on. Come on. Die Frage ist jetzt. Nee. Die Antwort ist nein. Nein. Alter, ohne Scheiß. Ist das eine Kauern? Ach doch. Du hast ihn eh reingezogen. Sag dir nix. Ohne Stopper hat er. Servus. Hey, ich muss eigentlich aus einer Torte springen, ne? Die Post und Channel Admin sind korrekt, ne? Das ist ja wirklich eine Boxkunde. Ja, also ich wollte... Ich hoffe, es reißen sich ja einfach zusammen, ey. So. Wird bloß nur Pizze. Oh Gott, ey. Ich glaube, deine Gruppe ist die beste, Mare. Was ist? Ich glaube, deine ist die beste. Naja, das ist dann eh egal, weil Marvin dann sowieso... Alter. Hier ist... Du redest jetzt nicht. Bitte nicht. Das ist weinlich. Das muss nicht sein. Ähm... F35 und... Ich hoffe, dass unser Chaos in die Zug schaut. Ah, doch. Ich hab alles verfolgt. Ja. Bitte nicht. Ja, ein bisschen schlimm, ne? Äh, ein bisschen ist gut. Ja. Was sind das für Map2Rivers? Wo wir jetzt das Rennen gemacht haben, ja. Okay, nice. Ja, das Rennen ist echt krass. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so lange dauert, aber... Ich wollte grad sagen, wolltest du nicht bis neine? Haha. Eigentlich ja. Bis du vierte bist, ist der MoContest 2017 nach außen. Ja. Stimmt. Jetzt will ich mal kurz, äh, Spielstand suchen. Geil ist er, er wollte bis um neun mit MySexeln fertig sein. Wir haben jetzt noch nicht mal MySexeln angefallen. Haha. An mir liegt's nicht, ne? An mir liegt's nicht. Er macht 10.000 Abos Special bis er 20.000 Abonnenten haut. Genau. Taktik. Ne, ich finde das ist ja eh gebührend. Bis um 10.000 bis um 10.000. Ja, das haut auch nicht hin, aber gut. Haha. Na, Alter, da musst du aber ganz schön Hackengas geben, wenn du das bitte um 10 schaffen willst. Also, die Map ist jetzt drinnen. Es gibt von mir, von meiner Seite, keine Probleme. Server ist jetzt online. Lack, lack, lack. Wer will, kommt jetzt drauf. Wer nicht, äh, Pech bleibt. Ja, ich komm gleich. Carvan, du kannst dich für einige einspringen. Ich kann einspringen? Nein, ich kann nicht. Ich bin fertig. Ich hab jetzt die letzten Mods präsent. Ich bin fertig. Ich würd jetzt nichts mehr sehen, was LS15 hat. Wahnsinn. Das ist echt krass. Wahnsinn. Im 2 Tag. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin für Erik eingesprungen, ne? Jo, das schreibst du dann einfach auf in Klammern Erik. Dann passt das. Also, Server ist online? Ja, bin drauf. Ganz. Ganz. Ähm. Ja, ne, aber das ist schon wieder 7 Leute drauf. Das ist wahnsinnig. Kaum, kaum ist die Map und sind schon wieder 7 drauf. Aber die haben eigentlich Respekt dafür, dass ihr so schnell seid. Gib mal, gib mal. Es geht ja jetzt auf Zeit. Gib mal bitte einen Moderator und Zeit hast auf Twitch. Jo, warte. Ich würd gern den Judenhauerer kicken. Habt ihr richtig Bock drauf. Ach, fast Firefox aufging. Wer weiß, wer hat es genutzt. Das doof ist wieder Google Chrome, denn die ganzen Passwörter nicht. Ist ja schon wieder outdated. Äh, kannst du mal kurz aus dem Chat schreiben. Woher eigentlich? Äh, jetzt hat sich ja noch kein Shit. Leider. Ja, perfekt. Und du bist... Häckseln jetzt gleichzeitig oder hinten auch? Was? Häckseln jetzt zwei... Ne, was hast du gesagt? Zwei Teams zusammen, ja. Ja, genau. Also wir machen das einfach so. Aber Hauptsache ihr seid euch mit den Abfahrern dann einig am Silo. Ja, alle gleichzeitig. Jeder hat ja sein eigenes Silo und seine eigene Einfahrt. Das geht natürlich. Ja, also... Das muss man auch kontrollieren, wann die 200.000 drinnen sind. Ja, deswegen... 100.000 haben wir gesagt, ne? 200.000 wird zu lange. Ja, 100.000. Deswegen würde ich sagen, wenn der eigene Spieler hinfährt, der schreibt in den Chat und sagt hier, dass er als Silo voll ist... Und dann wird gestorben. Nein, 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 nein. Wir haben doch zwei... Wir haben doch zwei Admins, zwei... Ja, einen. Einen. Einen, der kontrolliert dann. Die komme ich doch nicht rum. Aber ich kann dir auch noch helfen da. Das ist klasse. Ja, ne, Chris, dich brauchen wir wahrscheinlich als Ersatz. Für Erik. Und, äh, für... Wir haben... Für einen Joint Gamer, ne? Joint Gamer, wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du jetzt mitzucken hier, oder nicht? Wir haben sieben Silos. Da kommt doch der andere nicht rum. Da hat er eigentlich 100.000. Drei Kunden hat er später der andere 100.000. Und dann ist es ja schon einfach gültig. Ich verkaufe jetzt alle Fahrzeuge wieder aussteigen, ne? Ja, mega. Aussteigen, bitte. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Hören Sie sich doppelt. Das ist... Wie hört sich denn jetzt schon wieder drunter? Ja, jetzt. Wir hatten jetzt die Talkpower, der er keinen haben sollte. Marvin... Chris... Du, ich... Und jetzt alle Talkpower... Ja, bist du Deppertun. Das ist der Tiermannbeweg. Da will nicht mehr nix mehr. Justus, steig bitte mal alle aus den Fahrzeugen aus. Mare, du fängst jetzt nicht an zu singen. Ich kann singen. Äh... Thursday... Green... Achso, das war kein Geburtstagsfeier hier, sorry. Die Combo des Annelies. Ähm... Da sind natürlich die die Talkpower haben. Hi. Ja. Sind jetzt alle mal ausgestiegen. Ich würd gern verkaufen. Dankeschön. Er ist noch im Hürdigmann drin. Hallo? Okay. Okay. So, ich cheat mal jetzt hier Manni, ne? Nein, du kriegst jetzt keine Talkpower. Mare, hier ist... Ist gut. Justus, okay. Mach mich mal auf. Stopp. Äh... Hier geht aber nicht das mit dem Gs. Ach, doch, geht. Schau mal 10 Millionen. Hab ich gesagt. Was der im Mount war. Aha. Bisschen. 10 Millionen, sind wir noch zu wenig? Hi Mare, kann dich nicht hören. Hab kein Internet. Aber er ist auf Twitch. Aber er ist auf Twitch. Ehm... So. Mare... Ist jetzt alles verkauft. Dein Team ist das Erste. Wer ist denn zu blöd aus dem Hürdigmann auszusteigen? Ehrlich? Blödteil? Ja. Die Plätze verkünden. Hast du zusammengerechnet? Team Aufnahme. Marvin und Mare sind Erster. Yes! Wow! Team Sieben. So, Ala und Chris sind Zweite. Und... Team... Philipp und Joint Gamer, das Dreierteam, ist Dritter. Im Prinzip gehören zum Philipp und Joint Gamer eigentlich Justus und Chris, ne? Nein, Chris nicht. Wer denn dann? Natürlich Chris! Das ist der Wahnsinn. Diese Organisation. Ich kümmere mich um alles andere. Kannst du mir trotzdem merken, ey. Man. Wir hatten noch einen anderen Chris. Philipp ist gegangen, Just. Philipp ist gegangen. Joint Gamer konnte nicht, weil er so Lecks hatte. Und Justus war der dritte Mann im Team. Ja. Ja und da ist Chris eingesprungen. Geht ihr ab? Geht ihr ab? Ich hab das viermal gesagt, das glaub ich schon zu fünften Mal. Ja, aber es war noch... Es war noch ein anderer Chris drin. Ne, gar nicht. Fuck, Doala ist weg. Ne, war nicht. Du, was bist du Erik angesprungen? Jetzt ist das mit den sieben Teams voll. Keine Ahnung. Dann ist es jetzt, ähm... Dann ist Doala alleine gewesen, glaub ich. Ihr habt sieben Kekse gekauft, saugeil. Dann kauf ich die Traktoren, ne? Lass mich... Lass mich überlegen. So, dann ist das... Drei... Das... Das... Chaos Team ist, ähm... Zweiter. So. Also ihr bekommt jetzt insgesamt 14 Anhänger, ne? Das wird jetzt lustig. Ja, warum fahren eigentlich alle zu einem Feld? Schlitzel und Const Crafter sind... Dritter. Okay. Haben wir jetzt aber sieben Teams alle gefahren, ne? So Leute, jetzt könnt ihr uns gerne helfen. Mh... Jedes Team bekommt 2 Anhänger, ein Traktor und... einen Häcksler. Bei wem hört man den Sound? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Dieses ist mein... Dieses mein... pareil, so, so loud. Unwahrscheinlich, wenn du jeden Tag auch so... Dann sind wir nur noch zwei, dieser Trick, alter. Ach, du. Die Leute, da... Aber, so, 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 so... ...so, so, 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 so... lex also Chris das Einzige was ich dir wünschen würde, wäre ich ein gutes Internet das hast du dann Gaming Rechner und bist trotzdem am Abend mit dem Internet das ist echt Todesurteil, das ist wieder mir damals ich krieg las das ist nicht wieder kaputt mit dem mit dem Universal der Ankuppelpunkt ist wieder völlig daneben das ist also das werde ich auf jeden Fall erwähnen bei der Mod Contest vorstellen das ist Tool Reverse ne? die Map ja natürlich weil das hier ist ein Eigenbau ja ich muss aber sagen mit dem Ding sieht das gar nicht mal so blöd aus mit den mit den Map Begrenzungen und mit den Bergen ist das schon online ja selber ja du bist du aber Autodex ich bin erst schon seit 10 Minuten online hey Jungs, das ist mir schon gefreut, aber ich werde für Witcher zocken wie bitte? ich sage ich werde für Witcher zocken ich brauche ein bisschen jetzt Entspannung ja glaub ich dir ja na cool hast du einer geschaut, gell? ja gerne, gerne, wir hören uns gell? ja, freilich, machs gut, Servus ja, danke ciao Jorden, hallo meine verdammte Moi jetzt ausraste und den Cover weg der erste, der erste häckselt schon, man ey, das ist Wahnsinn, hallo hast du noch gesuffen? ja, was? ich brauche den Servaname auch aus wo ich den noch ein ich brauche zu Spielbeitreten international oder was? wenigstens tun hier genug Leute was um das hier voranzubringen Deutschland hier ist der nochmal genau wie wir Deutschland, natürlich Deutschland genau ja was ansonst? ich habe gar nicht mehr gar nicht mehr wie ist der Name? wie heißt die? der Name ist selbe wie vorher komisch dass alle raufkommen außer du das ist immer wieder typisch ja just was kannst du eigentlich? gar nichts also bringt einfach überall zwei Anhänger hin wie ihr das dann macht wie gesagt ist völlig euch überlassen redet nicht drüber behaltet es für euch es ist vielleicht von Vorteil und ihr könnt damit gewinnen also von dem her hier sind wir müssen wieder ein Anhänger was ich nicht verstehe warum ist hier ein Anhänger und nicht zwei Marvin kannst du den zurückfahren bitte ist Marvin gemütet bei uns hä warum hat Marvin jetzt keine Talkpower Leute komm jetzt hast du wieder eine Bombe ich kann wieder reden ich bin glücklich ich weiß nicht wie ich ja besoffen wenn er wieder was gemacht hat Christo bleibst jetzt stehen wenn ich komme ich würde sagen jeder geht in seinen Channel ja aber hört nochmal kurz zu ihr parkt bitte den Häcksler den Häcksler noch nicht drinnen ihr geht ihr kann den am Start wo das der Asphalt auf die Erde übergeht warum da hier parkt ihr euren Häcksler und den Traktor nicht weiter vorne hast du jetzt schon einen Hänger mitgenommen? also ganz ganz rechts ist schon alles parat ganz ganz rechts wir haben ganz ganz außen links vom Händler aus gesehen helfe mich jetzt eigentlich im Team Mare gar keinen oder? ja genau das gehört behoben wer hier schon gehextet hat der kommt gleich mit minus 10 Sekunden oder so wie besoffen muss man sein so Justus du kannst da einfach daneben oder so irgendwie hinstellen ich finde keine Map für Two Rivers du wieso Two Rivers das ist nicht die Two Rivers mal Mare da rein welche denn? gar keine such einfach Wolfsrudel ihr könnt das Rohr schon ausfahren und ihr könnt ähm ja ihr bekommt ihr kommt gleich in eure Channel ihr kommt gleich in eure Channel bis Justus mal die Map gefunden hat Mare hast du das jetzt auf den Schland oder nicht? wo denn sonst? keine Ahnung super schau mal bei Afghanistan dann bin ich dabei Mare warte mal häng die mal hinter den Häcksler jetzt soll ja mal jeder in seinen Channel gehen hier ja warte doch lass die doch einfach so liegen kriegst du auch was? mir geht es darum dass jede Sparte hier jetzt einfach seine zwei Hänger den Traktor und den Häcksler hat und Just macht da nen Countdown ich find das nicht willst du mich verarschen? nimm doch den ganzen Filter raus und gib einfach nur Wettbewerb ein hab ich nein hast du nicht? es sind alle Filter raus im Hecksler es kracht bei uns schon richtig ne? es sind alle Filter raus kauf mal Alexander noch nen Hänger ich muss sagen ist gut dass ich nicht mehr am Volksfest bin weil ich glaube jetzt wird es mich so richtig zerblitzen zerhauen move die anderen mal runter damit die sich unterhalten können die Schreiberei die geht immer jo warte ähm lässt zocker hier rein Mario wo war Justus drin? hier Joint Gamer kannst warte ich geh mal Joint Gamer Rechte Joint Gamer ja kannst du jetzt mit mit Justus zusammen häxeln? ja das geht ne? und sagst es ihm auch Mario ich mach alleine ja machs nichts jetzt find ich sie warte Maxl wo ich's Maxl ne hier ist Philipp ich machs Phil Phil ist da warum ist Phil da? so jetzt find ich da Phil du könntest reden ne? weil ihr hört uns glaub ich eh nicht mach Dominik ne Phil hat die jetzt auch nicht user was moved out of your channel Jordan kommt wo war Jordan drin? Jordan war glaube gar nicht dann kommt Jordan zu Alex ich kann auch nicht mehr lang user joined your channel don't miss user left your channel hier ist halt noch keinen er kriegst du gehst du hier ist user was moved out of your channel ha das sieht gut aus wir haben jetzt ein Team ohne Leute ein Team ohne Leute? und zwar ist es das Team 2 das Team 3 Schnitzel und Konsti ja kannst jetzt nix gegen machen nö das bleibt einfach leer user joined your channel hias hat den server verlassen hias hat den server verlassen hias hat keine Druckbauer warte mal hias das braucht nen Teampartner hias 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 und wir machen so hias 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 warum ganz einfach oder du musst mal abonniert haben und meine videos schauen da sind alle infos enthalten das sagt schon wieder alles auf dem zahnrad qualität hochdringen geht aber nur im internet warum ist er leute es ist wahnsinn dass es keiner kapiert nicht fähig weder alex noch ls zocker haben es alle nicht begriffen dass sie den scheiß das ist wie als würdest du mit mit kleinkindern sprach ich bin gleich wieder ja user left your channel marvin also das kurz weg user joined your channel hey wake up wahnsinn jo marvin achso was soll jetzt nimm mal die torque power hier raus master ja könntest du bei justus mitmachen weil jointgamer der hat wohl mega ping ja mega ping da geht gar nicht der hat doch jorden der alex hä der hat doch jorden ja da mach ich nein 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 nicht alexander da unten sondern hier oben jointgamer und justus ja da bin ich ja achso just kannst du da einspringen team 4 kannst du stattdessen bei jointgamer einspringen der justus muss alleine weil der jointgamer hat so schlimme lags wo beim justus und ich zieh dich runter ne team 4 danke user left your channel marvin ja hast du dich jetzt gezogen oder ich dich nee ich hab mich gezogen weil ich den jungs das unten erklären wollte was das denn jetzt alles dann soweit oder wir haben jetzt eins zwei drei da stehen jetzt alle an der kante Dario ist weg warum ist Dario jetzt weg mensch just ja kannst du bei Dario ist einspringen wo macht der mit hast du alles 1 2 3 4 teams ja wer ist alleine wer ist alleine der Dario ist raus es sind doch jetzt über nein ach man ach man ach man ey wo ist ein LS zocker hier oben es gibt leute die checken sie nicht ich bin bei alexander jetzt bin ich bei justus die anderen geht zur LS zocker der sagt ok du bleibst einfach bei ihm und schaust halt wirklich wer zuerst voll hatte na gut ähm es werden eh wieder sein also schreien wir zuerst so ist es bist du recht so ähm Vision kann ich die hänger da eigentlich anhängen jaja ja du kannst dich schon anhängen aber wie gesagt ich hab eh eine andere Taktik von dem her was hast du denn für ne Taktik du hast halt mit ja und hä da hat wieder einer nichts begriffen wer denn ja was haben die denn jetzt so wie Anhänger da drüben stehen ich wir hatten jetzt hier keinen du kannst das nicht machen das sind so Leute die zocken einfach nur das ist immer schwierig ein Plan von nichts so haben wir zwei denn hin ok wie gesagt ich hab jetzt so gemacht du hängst einen an und wechseln dann immerhin ne ich häng beide genau du machst den vorderen voll wenn du voll bist kuppel dich den ab und du machst mit dem anderen weiter ich fahr mit dem Häcksler rum also jo ich I don't know how does it work wie also du willst mir jetzt den den ersten soll ich jetzt anhängen ja ne 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 ja beide ich häng jetzt beide an ne eigentlich nur ja stimmt eigentlich nur den ersten ja ich kann auch beide anhängen genau wir machen das so äh ich hänge beide an ne einen 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 ja weil wenn der voll ist kuppelst du den ab und du kriegst gleich den anderen von mir verstehst achso ja alles klar so ist Justus drüben bin hier spielst du spielst du spielst trotzdem noch Dinge ne aber du machst mit ja bei wem denn bei mir wurde gesagt ich sollte erst bei Justus mitmachen und bei Joint Gamer bei nee weil er lässt zocker ja der hat doch der macht mit Jordan n hä nein doch der ist bei Jordan der ist alleine wo ist denn Chris jetzt Chris ist weg ne Chris ist wieder alleine Mensch der lernts nicht Alex ist alleine Alex ist alleine und Jordan und LS zocker sind zusammen Alex ist alleine Jordan du gehst das ist Wahnsinn ne egal der mach ich bei Alex also so personaltechnisch sind wir auch nicht so toll aufgestellt es regelt dich nicht auf du willst nachher noch pennen oder auch nicht ne also dann zieh ich Jordan jetzt hoch zu LS zocker ja wir müssen nur gucken hier runter so dann Alex Joost du kommst runter zu Alex ne ja zieh dich runter so jetzt haben wir 1 2 3 4 5 5 teams und Chris so Marvin wir können so gut wie loslegen ne ja ja warum du und Justis ok ja Justis fach doch auch mit ähm ja ja zählt da mal runter dann ich will aber ich will aber jetzt links anfangen Maren ja ok wir können ja lass gleich in der Mitte durchstechen ist doch schneller ja wie ist egal ja ok ok ich bleb hier oben und ich verrechne ja 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 die können ich nur zu was ist ja jetzt scheißegal mit wieviel Anhänger die fahren das ist ja das ist ja das ist ja komplett platte kannst du jetzt nen Schiezi machen was kannst du nen Schiezi richter machen wir alle zu zweit sind kann ich tun danke dann schaust einfach wer zuerst 200.000 Liter drin hat so 3 2 2 1 ja ich fahr einfach hinter dir her ne ja ich kanns mal nicht mal sagen wieviel Prozent ich weiß ja nicht wie schnell das geht 10 12 13 14 15 ich hab ihn nicht mal aufs Klo zu gehen ey scheiße ey das schaffen wir das ist die beste Taktik eigentlich also ich weiß nur nicht auf unser Konzept weil die anderen versuchen das gleiche Konzept durchzusetzen weil Porken anders gehts nicht das beste das schnellste weil du immer am fahren bist und es ist ja nicht weit du schaffst es ja locker da abzuliefern um wieder zurückzukommen so Leute es geht los ne jetzt habt ihr nochmal wirklich die Chance was richtig geiles zu erleben immer schön gucken wo die Silos sind vor allem Alter das ist ja das sollte man wirklich nicht ja die sind einfach eine Reihe du kannst einfach sofort weiter gehen du musst nicht mal reinkommen ich weiß ich weiß was auf Mare wir machen das so du fährst jetzt warte mal ist jetzt egal kanns ja außen und rechts oder links von mir auf die Höhe wo der jetzige Anhänger ist ja links du fährst schief ne dann koppel ich den ab fahre vor du hängst den an koppelst den anderen ab und ich häng den anderen an du meinst du lässt deinen hängen fahrst ein bisschen weiter vor ja meiner hängt im Moment ja hast du recht ich weiß was ich meine voll jo fahr rückwärts hast du nächstes mal gesagt dass der schon voll ist ne dann kann ich nur das bisschen zack Alter fahr einfach vor den und der ist gut schade aber was eigentlich kann man perfekt mit einem Hexter und zwei Anhänger gleichzeitig auch so fahren der Hexter fährt nämlich genau so schnell wie die Trecker Mare und der hat mehr Leistung im Steuern wahrscheinlich noch schneller Mare bahackengas ich habe Bock zu stehen was ist was schreibt denn jetzt wieder für nen Scheiß wer er ach du Schiss da kommt einer da fährt einer dann soll er nen Helfer reinsetzen Mensch so kompliziert kann er das nicht sein Chris geht zu ihm rein Chris geht zu geht zu Justus wo ist er denn und hilf ihm ok wo ist er denn unten ja ich weiß ich muss jetzt mal äh User left your channel meine Fresse es ist Wahnsinn wie inkompetent manche Leute sind der eine sagt er spielt mit zwei Minuten später ist er weg ich versteh das schon ich kenn das Problem auch abends aber zwar nicht hier aber zuhause zum Beispiel ist das das gleiche da kannst du abends knicken auch wenn du willst du kannst nicht warum wegen Eltern jetzt oder was wegen Eltern jetzt oder ja ich bin jetzt hier an der Ausbildung und hier habe ich momentan 50k kriege die nächsten Wochen aber 100 und zuhause haben wir nur 2000 oder sowas ja hat er eher nicht also ist ja das ist ja ein schlechtes Beispiel aber kann doch was kurz verschreiben und wenn die Mutter da hinten steht jetzt mach aus dann kannst du doch in 10 Sekunden gehen und sagst du nee sorry muss gehen äh eine Minute da bleiben und sagen dass das Chris organisiert aber nein Hornfeil gehabt das ist doch das ist doch scheiße also wie viel hast du du? ich bin voll ich hab dir den Hänger jetzt hier schon hingestellt ja ok wo bist du links oder rechts bist du ganz durchgekommen? ich bin nicht durchgekommen ok dann müssen wir ungefähr planen dass wir nicht ganz hinten sind wenn wir fertig sind das könnte blöd sein kommst jetzt hier schnell her you race pass auf dann bist du schief gefahren ja naja ich wollte eigentlich wie gesagt an der Seite anfangen aber hier hab ich jetzt wenigstens eine volle Breite hin das stimmt so du fährst jetzt hier neben den Anhänger vor hängst ab und fährst rechts von mir jetzt dahin neben den Häcksler ich hake rückwärts ran und nimm den Hänger weg und du kannst dann in Ruhe drehen naja das klappt ja Entschuldigung gehen wir jetzt raus dann kann er raus bleiben Mann aber wie schlecht hört man 100.000 ich sagst dreimal Fragezeichen ich glaube echt dass sowas fast schon zu komplex für manche Leute ist es ist zu komplex obwohl es eigentlich überhaupt nichts ist aber äh eigentlich nicht aber anscheinend überfordert das die man muss sagen 100.000 ist wirklich nicht viel jetzt ne muss man überlegen das sind 5 Hänger oder? wir haben jetzt schon den zweiten also ja fahr ich jetzt hier noch einmal hoch dann sind wir fertig hm ziemlich ja man muss man überlegen ey normalerweise gehen abends die Zuschauerzahlen runter bei dir gehen sie hoch ernsthaft? ja 117 wir waren eben schon bei 90 ja ja passt ja wenigstens sind die Zuschauer glaube ich mehr Durchhaltevermögen als manche Mitspieler hier beziehungsweise ja Geduld müssen sie haben das ist ja das wenn man Rücksicht auf 14 Spieler nehmen muss während es nur 3 ist das schnell getan aber wenn wieder dann bei 14 immer die Möglichkeit größer wird dass wieder irgendeiner Anhänger hat oder wieder irgendwas nicht klappt hm das ist das diese dieses Bewegen so angeht nicht so aus das ist das Problem weil sonst hätte ich auch gern mal was gemacht das ist trotzdem nicht zeitaufwendig aber da kommt schon was geiles bei raus äh ich habe jemanden der das theoretisch mit filmen könnte wir müssten wie gesagt nur fahren ja fahren ist kein Ding oder dass das Video Material auch zur Verfügung gestellt kriegen oder blimmst selber auf oder mhm das ist wärmer bist du voll? ohja haha der häckselt einfach weiter diese blöde Karte ja ja klar aber lieber Gott sei Dank ist es nicht so weit ne ach bleib stehen bleib stehen äh ich dreh um fahr einfach ein bisschen vor scheiße was war das jetzt hier Kuppel an sorry ey ich wusste es nicht wie du fährst ich dachte du bleibst einfach stehen gut dritter Hänger 60.000 Full Speed du wirst eigentlich eh nur permanent fahren ne ha? man ist eigentlich eh nur permanent fahren ja wie viel hast du im Sino hast geguckt? ja 40 wir sind glaube ich ja wir sind führend aber das ist relativ logisch hm weiß ich jetzt nicht mal hier geht ne Minute Vorsprung was letzter Hänger? das meint der nicht ernst oder? ja lüg doch ja jetzt wird es aber eh kürzer vielleicht haben es die jetzt andersrum gemacht dann haben wir vielleicht jetzt einen Vorteil ja gut wir sagen wir hätten 15 Sekunden mehr Zeit gewinnen können aber mehr nicht ne? was 15 Sekunden hätten wir schneller sein können wären noch drin gewesen aber mehr nicht ne das könnte nicht beim letzten Hänger sein das geht gar nicht ja ja ich war schon das macht sie nicht keine Ahnung was schätzt das dachte ich mir schon dass das nicht passt das kann nicht sein der letzte Hänger ja niemals oh du meißelst aber auch voll drüber ja was ich? ja natürlich mit Vollschwung drauf den zocker den Labern wir geschafft ja wir haben auch nur noch einen Hänger ja der ist jetzt gleich voll hm jeden Moment oh es gibt Gas Haki 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 bleib einfach in deiner Fahrt weg den Kuppel ab fahr ein bisschen weiter und ich dreh dir den um ah mach 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 nein machst du denn schmeiß hin den Hänger scheiß egal fährst du so weit zurück nee muss nicht sein was machst du denn was denn wir fährst du hin ja wir haben doch genug Hänger aber nicht he du hast niemanden Hänger dran ne brauche ich doch nicht wir haben doch genug Hänger aber nicht Häcksel doch mal an mit dem Hänger Nee, ist der vierte! Nein! Mann, Marvin! Ach, Mensch! Scheiße! Oh, nee! Jetzt haben wir verkackt! Ja? Jetzt haben wir verkackt! Wir rechnen das jetzt eigentlich... Wie machst du das jetzt eigentlich, wenn... Ich meine, vorhin haben wir eben... Wie ist das jetzt, wenn hier wer anders gewinnt? Wir haben Punktevergabe und so wird das auch bewertet. Punktevergabe? Das heißt, Punktevergabe? Ja. Ja, top! 35, 40 und so weiter... Immer fünf Punkte weniger. Ja, 7% bekommt dann 5 oder so. Scheiße! So, ich bin voll... Ich kann den da hier abkoppeln... Ich weiß nur, du bist, du voll bist. Mann! 35%! Oh, so eine Scheiße! Der Scheli kann schließlich kommen, wenn er nicht fahren muss, ne? Was?! Wie hast du? Ich hab jetzt 46%! Scheiße! Alter, haben wir nicht gewonnen, okay! Ich wusste nur Tiere, das! Alter! Dominik hat auch 100.000... Scheiße, Mensch! Das hab ich verkackt! Alter! Ah, diesmal sind wir letzter, knallhart! Letzter glaub ich nicht! Sagst du mir einfach, bei 80 sagst du mir, ne? Ich hab jetzt 90... 91, 92, 93... Gucken wir sofort ab und fahr vor! Aber mach für Jahr voll, ne? 96, 97, 98, voll! Scheiße! Wie nen Vorsprung, wenn er bekommt dann nen Nachsprung! Die haben noch einen Hänger draußen, also... Nö! Bin fast schneller als du, wa? Ja, ja! Ich war... Ich war... Ich war... Ich war 41! 42! Ah! Wir sind doch letzter, Alter! Scheiße! Wir sind letzter! Scheiße, ey! Fuck! Fuck! Ich glaub das Konzept mit zwei Hängern wäre auch besser gewesen! Mh, mh, meinte ich nicht! Der kommt drauf an wie schnell man voll wird, ne? Du hättest weniger Fahrzeit gehabt! Ich hätte zwar, ich stand da, aber du hättest weniger Fahrzeit gehabt! So! Jo, wer war jetzt erster Just? Der User was moved to your channel! Ähm... Hallo! Schau mal auf die Teams! Dominik und Jens! Ach, die waren eh ein Team! Ach so! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht genau wie es war! Wir sind jetzt auch fertig! Nee, waren die Ersten! Doch, okay! Jensen, Dominik waren die Ersten! Gut! Guck mal! Ich hab nen Texler-Apfer! Wer war schneller? Justus oder Jordan? Justus! Äh... Nee, Schwachsinn! Justus kann nicht eher fertig gewesen sein, wenn er alleine war! LKL ist zocker! Jordan, ja! Ivan! Schneller! Wer war Zweiter? Wer hat die Ersten Hänger gerade weggefahren, wo wir schon hier standen? Wir waren... Wir sind glaub ich zweitletzte! Wer war Jordan? Jordan war ähm... Ähm... Äh... Lestzocker! Äh... Ja! Nee! Wer war Dritter? Du und Alex! Nee, Chris! Chris! Und? Wir waren vierter! Also Jordan ist aber eigentlich hinter uns! Das... Das weiß ich eigentlich! Jordan! Weil nicht meiner Meinung nach haben die erst ihre... Ich schre... Ich guck kurz, ich guck im Chat! Stimmt! Stimmt! Ich bin nicht doof! Ähm... Chris und Justus! Also... Erster war... Dominik! Dann... Ist das schlimm, wenn wir einen Krümel zu wenig haben? Äh... Justus! Dann Justus! So... So... und der Sechster war jetzt... Gar keiner... Hä? Nee, einer... Wer war denn jetzt alleine? Ach so... Justus, wie können die Dritter gewesen sein? Jordan ist jetzt die Letzte gewesen! Hä? Steht da! Zieh mal alle hoch hier! User was moved to your channel! User was moved to your channel... wer ist erster geworden? Jens und Dominik, ne? Joost, notierst du das? ja Zweiter war wer? Wer war zweiter? Bei Jörn hör ich voll die Hintergrundgeräusche wer waren jetzt mit Chris, Justus oder Jörn? Du, Justus, ne? Dürfen wir den Silo zudecken? Ja, gehen das ab, von mir aus Okay, 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 Fäde Wer ist zweiter? Keine Ahnung Justus hatte ja die ganze Zeit Verlust wegen... Chris ist eigentlich zweiter geworden Oder? Ich sei doch nicht zweiter geworden Nein, nein, nein Jetzt schaue ich jetzt nach, ich schaue es nach im Chat Ja, wir sind doch... Also, die ersten waren... Auf jeden Fall, Dominik und Jens, das kannst du noch lassen Mache Und dann hat Justus geschrieben, fertig Und du? Wie habt ihr das geschafft zweiter zu werden? Hä? Hättest du, sie gibt keinen Sinn Justus schreibt, fertig und danach schlipp ich will Safe hier in Vorsprung wegen meinem behinderten Teampartner Ja, weil hier Dings rausgegangen ist, ja Aber wie kann denn der Zweiter werden? Das geht? Gute Taktik, guckst, da haben wir über Gerexilt an Das verstehe ich nicht Das ist zwar wirklich... wir sind nicht... Ihr habt bis ganz hinten gerexilt, oder Maren? Ja, das ist auch vielleicht ein Fehler Ja, das ist auch vielleicht ein Fehler Müsst du hier noch viel länger fahren Mhm Wir haben bis zur Mitte gehäxilt und dann haben wir immer ganz volle Bahnen Ja, das haben wir auch gemacht Irgendwie sind halt... Wir haben immer irgendwas zwischen Schuhen gelassen Nein, wir wohnen bestimmt in NRW Sie auch Ich hier auch Ich war auch morgen in der Schule Achso Nee, okay, dann schreib ich Just Ja Just? Ja Schreib mal auf Zweiter Chris und Justus Nicht Ja, Chris und Justus Und Dritter warst du und Alexander Christus, okay Und ich und... ich und Maren waren Vierter Nee, ich bin nach so Und Jordan hat dann nachfällig geschrieben Also Jordan, mit wem hast du im Team? Mit LS-Zocker, glaub ich, ne? Ich hab mir ungenutzt, ne? Das ist der Fünfter Aber ich mache die Bumper, ich könnte auch kein schlechtere Trecker auch raussuchen, oder? Nee, ist ja Absicht Die... die Lenkung von den Dingen ist so scheiße, wenn man's schnell fährt Mhm Jo, das ist ja ne schöne Truck Mann, die Lenk passt gar nicht mehr Just? Servus Hast du die fünf Teams? Ja Gut So, dann werde ich jetzt noch kurz ausgelost Ich... ich... ich zähl mal zusammen Du ausloser, du Just, äh, kannst du mal kurz nochmal die Platzierung Vom Wettering sagen? Erst, äh, jetzt, Monik Oh, ich würde immer noch sagen, Master, dass wir das kreativste Feld hatten Ja, warum hast du den gemacht? Oder das effizienteste Hab den gemacht? Immer quer durch Hör und ich... Ach, das ist nicht so ganz Ja, du musst aber öfter ankehren Und dann haben wir als Wechsel auch die Hänger abgefilft Ja, ich muss jetzt auf Und dann hat, unser Wechsel war die ganze Zeit unterwegs Just? Pass auf Just, schick dir die der halbe, bitte Ja, aber uns ja auch Ja, ich schick dir das... Und dann hat er die eine halbe Bahn gemacht Ja, das genau Sei mal kurz still, bitte Just, schick's mir jetzt, bitte Wie geht das? Boah, Jordan kriegt mir jungen Just, probier auch schon Scheiße, ist der schon weg? Justus ist gerade gegangen, ja? Ich soll, ich soll nie gucken. Justus ist noch da. Justus ist doch da. Ja, ich hab mich verschafft. Justus ist gegangen. Ich will aber seine Daten haben. Gut, dann müssen wir leider bis morgen warten, was die Auslösung sagt. Ich gebe es dann per Video bekannt. Warum? Und das Siegerteam meldet sich im TS, bitte. Ne? Also Justus ist auch nicht. Warum müssen wir da bis morgen warten? Du kannst das doch jetzt machen. Nein, weil ich es nicht aufgeschrieben habe mit den Zeiten usw. Und Just hat das alles. Ja, Justus kannst du doch irgendwas schicken. Der ist jetzt raus und der kannst du mir nicht mehr schicken, von dem her geht das jetzt nicht mehr. Ja, das ist ja kein Stress. Also, wenn es bis morgen reicht... Also, mach du morgen ein kleines Video, oder was? Wer gewonnen hat. Morgen mache ich ein kleines Video, da wird dann erstmal... Genau, wenn dann die Sieger von beiden bekannt gegeben, werde ich dann auch nachstellen, dass jeder weiß, die Zeit und die ernährte Zeit. Tschüss, Jorgen. User disconnected from your channel. Genau, dann bekommst du das morgen mitgeteilt. Wie gesagt, die zwei Sieger schreibe ich dann eh groß hin und die dürfen sich dann im TS, denn dann bekommen dann von mir eine 10er PSF-Card, ne? Ja, dieser Passwort auch ist wichtig. Genau. Das ist wichtig. Das Zuschauen war zwar etwas chaotisch, wie immer, dann hast du dich anders hinbekommen. Bei mir ist es eh schon wieder viel zu spät. Chris dreht hier seine Pirouetten. Aha. Alter, einfacher Script, wusstest du das? Ich hab dir da vorhin festgebacken. Ist ja Hammer. Na gut, ähm, ich muss sagen, das Häckseln ging ganz gut. Das machen wir, glaube ich, nochmal. Ähm, vielleicht nur diesmal ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, bin ich raus nach über... Also jetzt dauern's dann wirklich fast 7 Stunden, ne? Live-Steam. Was? Mhm. Danke, die Zuschauer, macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, als Zuckerl kommt dann am nächsten Tag noch die ganzen Mod-Contest-Videos und die Build-Logs am Wochenende von meinem Rechner. Genau. Wie gesagt, danke euch fürs Mitspielen. Wir sehen und hören uns. Morgen kommt das Video, ne? Macht's gut. Ihr dürft alle noch Tschüss sagen, ne? Servus. Tschüss, übrigens. Tschüss, wir haben noch. Tschüss, macht's gut. Servus.